Moin! Sorry, ein kleiner Hüstler. Ich habe gerade Thai Curry gegessen. Das wird zweimal brennen, meine Güte. So, der Steinbrecher-Monkey-Nikro-Ryan-Tabris, der Alpha Lobster-Synchro. Moin Leute, herzlich willkommen. Ihr habt es wahrscheinlich am Post schon gelesen, was wir heute machen, na? Wie ihr sehen könnt, ist mein Stage voll. Ich habe Waffen ohne Ende. Ich meine, hier alles voll mit Waffen, hier. Im Hideout habe ich sogar noch Waffen auf diesen komischen Waffenständer. Ey, Dom! Hier habe ich auch alles voller Waffen. Also, ja, heute spielen wir ein bisschen Meta-Gear, machen die Missions, die ich noch so rumliegen habe, mit fetten Waffen. Ja, die müssen raus. Ich hoffe mal, ich hoffe, wir haben geile Raids, aber sterben. Ist das was komisches? Ist das komisch, sich sowas zu wünschen? Ich hoffe, wir haben geile Raids, aber ich möchte am Ende sterben. Sonst kriege ich diese Waffen nie los. Oh, der Bitcoin ist runter. Endlich. Ey, old Griever, moin. Wie lief Fortnite noch? Boah, ich kann das Wort suchen, ey. Meine Fresse. Asra, moin. Habt ihr Ständer gehört? Hihihi. Falscher Knopf, sorry. Verkaufen wäre theoretisch auch eine Option. Ja, aber das Ding ist, weißt du, ich mag die Waffen eigentlich. Also, ich spiele gerne so eine Waffe. Ich bin einfach zu faul, sie selber zu modden. Das heißt, der einzige Weg, wie jemand wie ich an so Waffen kommt, ist halt, indem ihr Spieler killt, die die spielen. Und die aus dem Zero to Hero. Leute, müssen wir überlegen. Die Waffe hier, die ist aus dem Zero to Hero. Nichts davon ist gekauft. Alles ist im Raid gefunden. RK2, Taschenlampe, TX, Scope, alles. Alles ist in Raid gefunden worden. Fortnite war super. Wie ist der Mod? Ich weiß nicht, der Mod ist noch nicht da, der Kek. Aber der kommt bestimmt noch ein. Aber sah cool aus, der Fortnite-Stream. Sah lustig aus. Ich weiß nicht genau, warum du fliegen konntest mit diesen goldenen Flügeln, aber es sah geil aus. So. Ich habe im Fortnite mal reingeschaut, aber ich glaube, wir hatten irgendwie schlechtes Timing oder so. Weil, als ich reingeschaut habe, gab es irgendwie einen Bug. Oder so mit, ähm... Ja, nehmen wir die Playlist. Gab es irgendwie einen Bug. Mit der Stamina. Ich hatte kaum Ausdauer. Also wirklich, ganz, ganz schlimm. Boah, jetzt kommt der LR zweimal. Also ein Event, okay. Und MBB, danke für 21 Monate. Scheiße. Boah, zwei Jahre. Danke für den Support, mein Lieber. Dankeschön. Ah, wir machen noch ein Backpack. Ein Fortnite ohne Bauen. Ich weiß gar nicht. Ich habe auch reingeschaut. Ich fand es nicht mal so schlecht. Ich fand es nicht mal so schlecht. Also das Bauen ist nichts für mich, weil, keine Ahnung. Ich schieße einen an und der Typ baut ein Haus in der Zeit, wo ich schieße. Weißt du, du schießt ihm so eine Kugel an den Rücken, so einen Schulter, zack, und dann, pff, aus. Zwölfstöckiger Wolkenkratzer. Ja, ist nichts für mich. Die sind mir zu schnell, die Boys dort. Oder respektive, es wäre halt aufwendig, das zu lernen, ne? Ist halt eine ziemliche Hürde dran. Also, das hier muss ich auch machen. Scaps mit Gear of Interchange. Pharmacy, alle drei in einem Raid. Boah, das ist mies. Wi-Fi, die können wir installieren. Und weißt du, was wir machen das hier? Wir installieren die Wi-Fi und machen an die Missionen, die sonst noch so auf den Maps auffallen, ausfallen, whatever. Wir machen das so. Ich finde das gut. By the way, da läuft der YouTube-Stream. Ich sehe gerade im YouTube-Chat, ist noch nichts. Das beunruhigt mich immer, weil ich nicht weiß, ob es läuft oder nicht. Wi-Fi. Läuft perfekt, dankeschön. Perfekto. Hey, JK. Jetzt haben wir die PUBG mit einer anderen Grafik. Ich finde auch die Waffen und Feeling, es ist gut. Und die Tänze. Ey, ein Kumpel von mir hat so gut wie alle Skins. Der hat so eine Katze oder irgendwas, die so richtig krassen Bizeps hat. Weißt du, das sieht so bescheuert aus. Aber irgendwie, ich mag es. Weiß ich warum. Hey, den Uch, Lena. Moin, dankeschön. So, also da haben wir das. Dann brauche ich... Ich habe letztes... Ich habe wegen dem Zero-Tiro alles weggeschmissen. Brauchen wir das, das, das. Und hier hatte ich wahrscheinlich Keys. Okay. Also, dann gehen wir eine Wi-Fi platzieren. Die erste ist auf Woods. Habe ich sonst noch was auf Woods? Irgendwas Woods-spezifisches. Hier. Gratitude. Auch Stashen von den Sachen, die ich nicht mag. Und Ich-Kra und so. Ah, das begriff sich gut. Ich habe nicht mal einen Dock-Case für Woods, weil ich die Map nie spiele. Mach mal so. Pah, 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 pah. Oh je. Läuft der Multistream bei dir? Ja. Ich bekomme das nicht hin. Was hast du denn für einen Fehler? Also, ich benutze so irgendein Plug-in. Ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Ich glaube, RTMP oder irgend so was. So, das brauchen wir. Und dann brauche ich die Sachen zum Anziehen. Was war das doch gleich? Ghost, Balaclava, Shemek, Green, Raybench, Round Size. Leute, ihr könnt euch das merken, ne? Ihr könnt euch das merken, ne? Round Size. Irgendwas Green. Shemek, Green. Hm. Aha, okay. So weit komme ich noch. Dann Ray Bench. Ray Bench, Ray. Ist das mit so geschrieben? Ray, 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 Ray. Die Hipster-Brille. Und das Balaclava, welches jetzt? Scheiße. Welches war's? Anscheinung für YouTube konnten nicht aktualisiert werden. Aber du hast, äh, du hast... Also, du kannst streamen auf dem Channel. Das hast du aktiviert, oder? Im YouTube-Studio. Musst du ja freischalten, irgendwie. Leute, welches Balaclava war's? War's das Ghost? Wie's keiner mehr weiß. Ich freisch schon gemacht. Oh, dann weiß ich leider auch nicht. Die hab ich noch nie gehört. Einstellungen für YouTube konnten nicht aktualisiert werden. Das hatte ich noch nie. Da weiß ich leider auch nicht. Sorry. Boah, ein Fuel muss ich auch marken. Ey, was hab ich denn alles? Ja, ich würde dir gerne helfen, aber du... Leider keine Ahnung. Ich bin auch so der Technik, was Technik angeht. Ey, mein Chat kann dir Storys erzählen, ne? Hey, Leute, ne? Ihr könnt was erzählen, ne? Jeden Stream. Entweder irgendwie... Wobei, seit der neuen Capture-Card nicht mehr. Aber davor, jeden Stream. Stream entweder abgekackt. Links-Rechts-Spuren waren vertauscht. Cam hängen geblieben. Bild hat sich überlappt. Oh. Aber irgendwas mit dem Ding, ne? Am Ende lag es an meinem Streaming-Rechner. Der war aber durch. Der war acht Jahre... Ne. Sechs Jahre alt. Der wollte nicht mehr, der Boy. Der war müde. Keine Energie mehr. Manchmal laufen die Streams nicht. Oh yeah. Aber einer läuft immer. Der hier. Oh ja, Lemmy Wings. Und der ist Borella, by the way. Und Xaza, mo moin. Aber was für eine Cam? Ich habe eine Logitech-Brio. Webcam. Ich habe keine GoXL oder so. Ich bin nicht so fancy. Ich gehöre da nicht zu den coolen Kiddies. Müde, keine Energie. Heil fühle ich. Umzug. Ich fahre jeden Tag in die neue Wohnung. Und bastel da ein bisschen im Stream-Zimmer, dass es hoffentlich ready ist, damit ich am Wochenende einen sauberen Übergang machen kann. Und am Montag wieder da. Ich hoffe, aktuell ist ein bisschen anstrengend. Weil ich baue auch gerade ein neues Möbel wieder. Weißt du das hier? Das habe ich ja selber gemacht. Merkt man, ne? Guck mal. Das ist nur zur Deko, ey. Das Ding fällt um, wenn du da drauf gehst. Das ist nur zur Deko. Aber das mache ich jetzt neu. Ich hoffe, ich dachte, okay. Die Idee war, ich mache es besser dieses Mal, ne? Habe ich angefangen. Und jetzt ist es so auf dem gleichen Stand wie das hier. Und genauso beschissen. Ich dachte, diesmal mache ich es besser. Aber irgendwie kein Schreiner in mir, Leute. Ja, eben. Der Handwerk in mir ist irgendwie... Der ist leider verloren gegangen. Wie oft ziehst du eigentlich um? Letztes Mal vor zwei Jahren. Hast du keine Rückwand oder Querstreben an der Rückseite? Doch. Doch, doch. Ich habe... Warte. Warte, warte, warte. Boah, warte. Ich male die jetzt mal, wie ich das gebaut habe. Hier. Okay. So. Habe ich... Ah, die Beinchen. So, hier Beinchen. Dann habe ich hier Beinchen zur Verbindung. Da auch ein Beinchen. Ja, ne? Oben ist ja die Platte. Dann gehen hier nochmal zwei. Zwei lang. Hier auch nochmal Beinchen. Und das hat auf beiden Seiten. Also hier nochmal. Ach, ihr versteht, was ich meine. Also exakt muss das nicht sein. Und hier natürlich auch. Das ist schon... Ich finde, das ist schon... Naja. Rockbeam. Danke für 13. Wilde Monate, Mann. Dankeschön, mein Lieber. Danke, danke. Wie oft hast du das denn geschafft? Wie meinst du? So super. Was ist... Oder... Kann man das Kunstwerk erwerben? Ja, warte. Ich signiere es noch kurz. So. Wieso kann ich nicht auf... Paint klicken? Mäh. Also... Kurz überlegen, was wir alles machen müssen. Wir haben Glück, ey. Griever. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. In deinem Fortnite. Oder... Ey, du bist ja auch Variety-Streamer. Mal gucken, was du dann sagst. So, wenn wir hier gespawnt sind, dann gehen wir einfach mal zum Bunker und stashen Ischka und Wasser. Da sind die Beinchen verschraubt. Diamant verstreben. Was? Äh, Entschuldigung. Ah, Borella, weißt du, das muss nur gut aussehen im Hintergrund. Das muss nicht wirklich funktionieren. Das ist okay. Also, Chat wieder flirten gegangen. Ich hoffe, das ist gut. Ja, ich habe schon gebaut. Also, ich kann es jetzt... Oder... Ja, ich könnte schon. Aber ich glaube, ich habe keinen Bock, das nochmal auseinanderzunehmen. Also, ich gucke es mir an. Aber ich garantiere nicht, dass ich was dran ändere. Ey, Benta. Krasse Zeichnung. Oh yeah. Picasso am Stizzle. Habt ihr den Short gesehen von heute? Da ist ein Kunstwerk von mir. Ein Wannhans. Jetzt zu erwerben. Ich bin ein bisschen besorgt hier. Viele, viele Spawns hier. Lemmy Wings, Lemmy Wings. Sei Bicepsen, Mama. Und sei bereit. Eine Prediktion. Eine Prediktion. Uh. Hast du die Hacker-Probleme in Apex gesehen? Ey, das war so wild. Alter. Für die, die es nicht mitgekriegt haben. Apex Legends hat ein ESL-Turnier gehalten. Die ALGS, glaube ich. Von Nordamerika. Und mitten im Game haben Hacker die Computer von den Pros angezapft und dann angefangen rumzuspielen damit. Übers Spiel. Weil es eine Lücke gibt im Game. Und haben die den Pros irgendwie Wallhacks gegeben und Aim-Pot und boah. Ey, ganz wilder Stuff. Deswegen, jetzt ist, äh. Jetzt sind viele Leute natürlich sehr, sehr besorgt, ob Apex irgendeine Lücke hat. Mit der man halt dann auf seinen PC kommt, ne? Also, ob es passieren kann, dass wenn du Apex spielst, dass ein Hacker Zugriff auf deine Kiste kriegt. Sie haben scheinbar untersucht und sie meinten Nein, aber Also, die können natürlich sagen, was sie wollen. Ich habe es mal deinstalliert und spiele es im Moment nicht. Aber es ist crazy, das ganze Cheaten im Online-Gaming. Es ist... Es ist übel. Es ist übel wie noch nie. Zuerst ist voll vercheatet. Der Apex ist voll mit Cheatern. Tarkov hat viele. Der einzige Gamer, sagt er, noch nicht betroffen ist, ist Valorant. Ich hoffe, das bleibt so. Ich glaube, LOL, weil die haben jetzt das Gleiche. Er ist ein sehr, sehr großer Markt, ja. Ey, Steini. Ja, oder? Es war kein LAN, weißt du? Es war kein LAN-Event. Ironie. Tarkov war mit Cheatern? Ich weiß nicht. Also, letzte Woche, wenn ihr euch erinnert, Freitag und Montag lief richtig beschissen bei mir. Also, jetzt ist es schon ein bisschen länger her, aber vor zwei Wochen demnach lief richtig schlecht bei mir, so dass ich wirklich kurzzeitig keinen Bock mehr hatte. Und dann am Mittwoch war es gemischt, aber am Freitag lief es wieder richtig gut. Boah, ey. Wirklich. jeden Fight mitgenommen und lief gut. Und im Nachhinein kriege ich mit, dass am Donnerstag, also am Freitag, einen Tag bevor es beschissen lief, ein großer Cheat-Anbieter seinen Cheat irgendwie geupdatet hat. Und am Donnerstag drauf, wo es dann wieder gut lief, wurden 33.000 Leute gebannt vom BSG. Und dann fragst, als Spieler fragst du dich dann so, hm, ist das ein Zufall? Das beschissen läuft, wenn ein großer Cheat-Anbieter ein Update macht und gut läuft, wenn Leute gebannt werden. Da fragst du dich, ne? Weiß nicht. Weiß nicht, ob das ein Zufall war. Bummi, danke für 19 Monate. Mein Lieber, danke, danke. Mein Lieber, hier geht im möchte ich seimes beinreste Ein ... ... Frage vor der Angeführerinnenfalle ist es möglich in 360 Stunden knapp Level 59 zu kommen ja ja absolut möglich klingt nach zweiter Count ich fände es halt cool wenn man Stunden pro Vibe sieht man sieht ja nur die totalen Stunden ich glaube wenn ich jetzt bei mir schaue oder ja ich sehe nur meine totalen Stunden 2600 ich hätte gerne weißt du wie viele Stunden habe ich in dem Vibe ja schweggings das ist true aber das hat der Kompromiss der man eingehen muss na ich bin bereit das einzugehen so ein cheaterfreies Game hey Chris Lauber weiß ich muss da runter und das Wetter ist halt der Wahnsinn ne seit dem Schnee regnet es ja überhaupt nicht mehr dann habt ihr beide aber mitgekriegt dass die Website schon wieder down ist für Wartungsarbeiten wir kriegen gleich wieder irgendwas zu kaufen wahrscheinlich irgendeine Microtransaction weiß nicht langsam langsam übertreiben sie ein bisschen ne also Bridge wie Exit ist weg Steinbrecher 8 sagt hier der Outcat ein Outcat das wäre so geil wenn sie dir dann so einen Buff gibt in so einen kleinen ja Sticker auf die Waffe oder Skins so ein bisschen wäre schon geil wir haben ja gestern haben wir zuerst ein paar Cheater gesucht aber kein Erfolg gehabt einfach keine gefunden nur toxische Shitbags also wirklich ganz ganz schlimm dieses Game ist so toxisch und da wird es jedes Mal wenn du im Voip redest haben sie direkt irgendwie N-Wort F-Wort Bomben gedroppt oder wo sie gesehen haben dass ich streame und ich sie alle gemutet haben haben sie angefangen Hakenkreuze in die Wand zu schießen und sowas alter ich weiß nicht dieses Game wird mir noch immer unsympathischer was für ein Game zuerst Counter-Strike wie ist das mit Unity Updates keine Ahnung da warten wir seit Herbst drauf weiß ich wo das ist B ist nur BSG so bester Ort zum Placen die ganze Zeit die Map die ich nicht mag oh nein Ursa welche Map magst du denn denn zuerst ich spiele wir nächstes Mal die wenn es ein nächstes Mal gibt also das hat es mir irgendwie gegeben gestern weiss ich ob ich das nochmal spielen möchte weiss ich ob ich das nochmal spielen möchte weiss ich ob ich das nochmal spielen möchte hey Flojo moin Ice World Ice Tower Pool Ice World hä sag mir nichts maß ich Skeffs soll mit dem Update kommen ok mal schauen würde ich fühlen da ist zwei mal gespielt ja war hart gestern ey war übel also ich habe es nicht gefühlt gestern muss ich sagen anfangs schon aber danach war einfach zwei Runden und dann musste ich alle Mates muten und dann ist halt einfach ja keine Ahnung du bist dann eine halbe Stunde Runde gefangen wo du nicht drin sein willst das war hm war nicht so geil Icebox in CS ok ich kenne die nur von Valor live ja krass wie leise ist dieser Wurz irgendwie ich höre nichts nicht mal ein Skeff oder so holy Mates holy Mates holy Mates PSG wollte 20 Unity Update machen aber anscheinend dann doch direkt auf 2023 ok ja ich fände es halt toll würden sie ein bisschen informieren das würde mir ehrlich gesagt schon reichen finde ich ein bisschen schade wie die Kommunikation von BSG aktuell so ist es ist einfach nichts ich schaue gleich rein wenn ich einen sicheren Spot habe oder so hm ich schaue gleich rein wenn ich einen sicheren Spot habe oder so hm ich seh nicht mal hier ein paar Scabbys Was ist denn los hier? Na doch, da rennt einer. Ich glaube, wir waren scab, oder? Komm, einfach so durch deine Tür. Ich bin bei der Amanda. Ey, Image. Das war eine Map, bist du sicher? Hallo Hitman. Ey, Momonga. Ich gebe dir jetzt einfach so eine Minute Zeit, den Fehler zu korrigieren. Na? Ey, sorry, jetzt habe ich die... Was war? Weiß man mittlerweile schon, wann Tarkov mit Arena gematcht wird. Ich glaube, erst im Sommer, im Wipe. So wie es aktuell aussieht, erst im Sommer. Sie sind irgendwie unglaublich langsam unterwegs gerade. Weiß ich, was da los ist. Ey, Kevin. Ey, Kevin, Kevin, Kevin. Gib mir ein Ausrufezeichen, Kevin. Do it. Do it. Ich weiß, du willst. Lemmy Wings, Lemmy Wings, es ist die höchste Zeit. Zieh dich um und sei bereit. Oh yeah. Alles klar, bin da wieder weg. Ey, Kevin, schön, dass du da reingeschaut. Geht's denn, schaut's kurz raus. Weil ich noch... Ich muss noch mal placen. Ein Ich-Kaffee immer noch. Aber krass, wie wir nichts sehen ey. Einen Scaf bisher. Ich weiß schon, warum ich diese Map nicht spiele. Lemmy Wings, Lemmy Wings. Es ist jetzt höchste Zeit. War ein Spin-Bot im Tarkov. Das wäre auch lustig, ne? Aber du kannst dich halt nicht so geil bunny hoppen. Könnte man hier geil bunny hoppen? Wäre das richtig witzig. Hier Leute suchen Stormy und dann fertig. Ja, das ist es halt mit den Bossen, ne? Die Leute gehen rein, gucken ob sie Package-Loss haben. Und wenn nicht, sind sie direkt wieder raus. Das ist halt ziemlich rip. Was weiß ich, blame nicht die Leute. Weil ich glaube bei Glorious E war die Diskussion. Da waren ein paar Leute richtig mad auf die Spieler, die das machen. Aber... Äh... Joa, also ich würde es auch so machen. Vor allem mit den neierten Boss-Bahn-Rates, ne? So, wenn du nur so 20% hast, dann... Ja, ist der Spieler halt einfach kein Bock. Guck mir was geht und Steinkraft. Danke für vier Monate. Merci beaucoup. Dankeschön. Ich habe das Gefühl, dass das, was für dich viel los ist, für mich immer noch nicht... ausreichend befriedigend ist. Und mein Adrenalin-Junkie in mir. Ich habe am liebsten, wenn ich alle 30 Sekunden auf was schießen kann. Das sind meine Lieblings-Rates. Lame Wings, Lame Wings. Wasser fällt da auf den Boden. Bitcoin Farm, Borella. Bitcoin regelt. Ich muss nicht looten. Oh, ja... Das ist ja ja so. Du musst es doch noch eine Sache stellen. Oh, mein Gott, ey... Oh, mein Gott, ey. 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 Oh, mein Gott! An der Wurz, ja für eine Mission. Danach tippen wir wieder. Oh, mir danke für den Lurk. X15 ist absolut sexier. Leider ein bisschen teuer geworden. Früher gab es mal ein geilen Bild für die Gun. Sehr, sehr günstig war irgendein Trade beim Mechanic oder so. Aber mittlerweile tut es echt wenig anzukaufen. Auf ein neues. Ich kann ihn nicht mehr predigen. Es haben viele probiert Steinbrecher und es ist nur wenigen gelungen. Alter, nimm weg. So, jetzt nehme ich den Wasserfilter. Okay, damit Borrella nicht einen Krampf kriegt. Wo war denn der? Ja. Gut. Percival, danke für den Verleihung. Jetzt kann ich beruhig schlafen. Jetzt schon? Du musst doch nicht mit Level 40 IS-Kraft-Starschen. Doch. Habe ich noch nicht gemacht, die Mission. Willkommen bei mir, mein Lieber. Der einzige Tag-O-Streamer, der statt so schnell wie möglich, so langsam wie möglich Missionen macht. Blamey Wings, blamey Wings. Ah Leute, by the way, ich habe mir gestern Blender runtergeladen. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Art, wie nennt man das? 3D-Modeling-Software. Du kennst damit Bilder machen, Videos, Animationen, extrem viele Sachen. Das Tool ist riesig, aber auch kompliziert. Steinbrecher, danke für den Lurk. Viel Erfolg dabei. Was Froschemixer. Ich werde das für Thumbnails benutzen. Ich habe jetzt gestern mein erstes Thumbnail gemacht mit Blender. Also, mal anfangen mit Thumbnails. Weißt du, wenn es dann später mehr wird, dann machen wir mehr draus. Aber, jetzt so für den Anfang. Mal anfangen mit so Thumbnails. Ich kann es euch gleich zeigen, ich habe es auf Twitter hochgeladen. Damn, Alter. 21 Minuten 1, Gav. Wie lange eigentlich bis fertig bist mit Umzug? Also, ich hoffe am Sonntag. Ich hoffe am Sonntag. Also am Samstag kommen die Jungs und packen alle Möbel ein hier. Und ich versuche halt dann am Wochenende alles auf einen Schlag rüber zu packen. Von der Elektronik hier. Das wäre halt so die Idee. Okay. Ich hoffe, dass ich... Am Freitag ist ja noch ein Stream. Und ich hoffe, dass alles reibungslos geht, dass ich am Montag wieder streamen kann. Ich hoffe, aber hm. Womonga, danke für den Lurk. Ich verzeihe dir deine Begrüßung. Boah, Alter. Wieso jetzt keinen trinken, ja? Wieso wird da nichts angeboten? So. Ja, da ist Mo. So, die Hydrirat ist gar kein Problem. Die Sausage finden. okay siebenmal in der challenge überleben ach stimmt und die helme und den ganzen quatsch dachte das wochenende dieses wochenende habe ich die schlüssel erhalten und habe angefangen ein möbel und so ist kein problem die größte herausforderung ist dass die ganze elektronik wirklich in ein zwei tagen danach funktioniert wenn ich streamen kann kann ich ende des monats miete nicht zahlen das wäre doof also wir müssen uns dehydrieren also was auf dem account kann manche einfach eine mayo fressen dann muss ich mir diese ugly pain ansicht nicht geben ohne ein gegenstand bis zu level 30 in der web sind kräuter nicht viele fp ist keine ahnung kann ich gleich gucken ja ich mache dann streams aus dem garten hallo leute wir können heute nicht taco spielen aber ich zeige euch einfach mal einen fuß ok na scheiße die habe ich vergessen na gut also nächster cam ist auf customs habe ich was auf customs ich bezweifle es das müsste ich mal machen es gäbe es mit einer bolt action ohne scope auf 40 meter das haben wir auf customs das werde ich nicht machen ganz mit sagt es wäre man machen vorhersage läuft es ist echt nix auf customs na 1.000 quests auf streets ja gut ja mal die wifi platzieren und danach noch tag auf shooter machen hand was sind das für googeln geil wie die immer auto stock sind wenn alle rpm craften geil alter ah da stehe ich drauf ah da krieg ich ständer ey beim bsg doch gezeigt hat dass sie in einem tag fix für arena bringen können warum sind sie dann nicht in der lage sowas zu fixen während wipe kann man auch nicht craften ne das heißt kein apm für mich geil heißt meine snipe ist unbrauchbar für den rest des wipes da finde ich natürlich geil warum gibt es überhaupt trader limits bei high bei meta armor macht es in meinen augen sinn dass nicht jeder irgendwie m8551 ohne ende kaufen kann aber bei so normalen sachen ich meine ich glaube die tods hat ein limit why weißt du da bin ich bei dir das verstehe ich auch nicht aber die tods hat ein limit weiß aber nicht wo sie ist oder die hier hat die ein limit die hat kein limit die hat ein limit warum hat die ein limit niemand spielt die gang also sagen verstehe ich nicht da ist die tods an den tods hat keins aber die wieder ja gut das wegen der mission ja ein persönliches limit würde ich fühlen aber kein globales ja wenn das globale limit weg wäre das würde ich fühlen dass jeder spieler immer die ammo kaufen kann die er braucht für die menge die halt geht das fände ich auch besser aber sagen kannst ich brauche 120 schuss ding und die kann ich alle drei stunden kaufen weil so ist jetzt halt die waffe komplett useless und ich mag die waffen das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen meine absolute liebe snipe und ich kann sie nicht spielen geil also dehydration oh das ist ja leer ah das ist noch vom zero to hero by the way wie fandet ihr die zero to hero challenge am freitag das war mehr tag auf selten so viel bock gemacht wie da am freitag alter hatte ich meinen spaß das hat richtig spaß gemacht leider so ihr persiver tank battery ja man das problem ist ich wollte eigentlich kein highlight draus machen aber danach habe ich entschieden ich mache eins aber jetzt habe ich mir keine marke gesetzt heißt ich muss einfach fünf stunden video material nehmen und dadurch gehen ich muss einfach durch fünf stunden video material ich habe erst bei velo wieder reingeschaltet war auch geil danach velo die runden da bist irgendwie war wie lange aber gemacht drei uhr morgens das war ein richtig guter abend da hat einfach alles gepasst fünf stunden waren highlight ja aber das problem ist fünf stunden live stream gucken sich nicht alle an weißt du ein highlight entgegen wenn du wenn das geiles ist hast du chance da dass es ewig bleibt FPS ja das ist ein menü hier habe ich 60 ne und ich habe übelst das gestreite aktuell mit spiegel tv ne wobei nicht mehr weil die haben ja meinen channel gestrikt youtube wegen der reaction auf den anzeigen haupt master wobei ich der meinung bin reactions sind fair use bei youtube darfst du machen sie können zwar die konnten id claimen und dass sie das geld kriegen für die reaction was fair ist aber sie haben keine rechtes runter zu nehmen hatte ich jetzt ein bisschen streiterei mit spiegel du sie dann gibt 25 monate aber ich hoffe an sich auch bei dir danke man weil er und danach war sefani am besten waren die letzten runden mit dem einen typ den ihr verarscht habt er verarscht den haben wir doch nicht verarscht der war den haben wir motiviert ne spiegel tv ich werde keine reactions mehr machen auf so fernsehen nachrichten dinge die sind mir zu anstrengend die sind mir aber zu anstrengend warum sollten die das runter nehmen ist doch mehr konten die verstehen nicht wie das funktioniert dieses neue system das sind die sind halt altbacken als fuck so wie zeitungen und so das ist einfach eine aussterbende art ich meine weise bei reactions man kann diskutieren ob der der darauf reactet davon wirklich geld oder daraus wirklich geld machen sollen dürfen kann dann bin ich wohl bei euch ich habe kein problem wenn ich eine reaction mache und ein content creator claimt das video voll ok also soll er geld kriegen für die klicks die ich auch noch generiere auf sein video voll fair aber runternehmen ist halt jetzt habe ich so ein riesen theater jetzt muss ich mit google support gucken mit dem typen von spiegel die haben ihr eigenes video runtergenommen meinst er glaub ich nicht montes reaction steht auch noch weiß ich wie er das macht hat wahrscheinlich eine größe dass er sich das leisten kann als der war normal aufgemischt wurde ja das ist halt das ding ne ist jetzt halt die große frage ob das so clever war von spiegel weil die hätten eigentlich wissen müssen dass das äh dass es Leute geben wird die dann halt gewalttätig werden hätte man wissen können ja stimmt ich bin ja die hell die vier also kein rennen für mich noch online ja siehste die sind zu geld geil als dass sie sowas runter nehmen strellak mama ich glaube hier war eine viel zu wenig Loot ah ich löse die Prediction auf wenn ich daran denke oder Chat mich erinnert äh dieser Kackssprung ey mir letztes getroffen wie ist der in real life so ist der wirklich so anstrengend aber das ist ein bisschen gespielt für die Klicks ähm also ist er wirklich so Fatsen na ripp hey Alex und wenn gehts um den Anzeigenhauptmeister er ist wirklich so frag mich ob der dass er mental irgendwie Probleme hat es fällt mir irgendwie schwer vorzustellen dass jemand so was aus Jux mal eben so die meistgehasste Person in Deutschland sein möchte lebt er noch ich glaube nicht viele vermuten dass er Autist ist weil er viele Züge dafür hat ja möglich ja wirklich aber das ist halt das Ding ey also ich persönlich finde halt es sollte gar kein Tool geben dass du so benutzen kannst wie er das macht weißt du das einfach keine Ahnung jeden aus Jux anzeigen kannst vielleicht Diaz vielleicht ja kurz warten bis die Mission vorbei ist dann ich 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 ein setup spiele ein bisschen sagt so ein bisschen die frage treffe ich den ohne scope muss ich gezählt haben für meinen taco shooter sein eigener bürgermeister will ihnen jetzt die anzeigen verbieten finde ich auch richtig weil ganz ehrlich eben leben und leben lassen man muss zusammen leben können so jemand macht das halt kaputt das geht nicht also ich fände es korrekt wenn man das tool wegnimmt diese idee ein bisschen blöd einfach eine random person aber jeden anzeigen kann den er halt nicht mag auch eine flair ah hier war schon einer ja aber Tabresa nein das ist regeln ja aber du hast halt ermessen Spielraum in einer sechs Meter von dem Schild entfernt parkiert erparkt statt sieben du machst deine Anzeige ne sorry Alter da bist du unten durch ich mein kannst du machen aber musst du einfach nicht erwarten dass Leute die jemals gegenüber irgendwie wieder freundlich sind Interessant wir haben echt nen Sniper da hinten am Arsch der Map so der da gammelt nicht schön weg ja easy ne na na mit dem ersten hat er mich erwischt mit dem Streifschuss dann mit dem zweiten na 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 hat er da gepusht war das voll gut gewesen die Frage ist wo sitzt da wohl der kleine Sniper denn so viele Orte gibt's nicht ich denke nicht dass wir Angst haben müssen dass ein Spieler da hinten rauf geht ja aber selbst wenn ich ihn hingehen sehe ich kann es nicht korrekt abhängen abredet nichts eben Tom ja das haben wir auch in der Reaction haben wir das auch thematisiert ja das halt die meisten Anzeigen werden halt einfach fallen gelassen aber kostet halt unglaublich viel Arbeit also er kostet er kostet den Staat viel mehr Geld als das er am Ende erwirtschaftet also ist ein pures Verlustgeschäft aber ich frag mich Leute denkt ihr das mit dem Fahrrad am Ende am Ende ist das an Fahrrad umgefallen denkt ihr das war echt oder denkt ihr das war gestellt durch Spiegel weißt ja damit sie halt so für den Zuschauer also von wegen noch den Karma Effekt weil irgendwie das ich weiß nicht das war einfach weil du siehst vorher immer wie penibel genauer darauf achtet sein Fahrrad immer richtig abzustellen und so und plötzlich stellt das voll neben das Auto das fällt einfach um weißt nicht ob das Spiegel vielleicht nicht nachgeholfen hat so komm schon das wäre voll gut für das Video oder der Kameramann so ein Roundhouse Kick gegen Spike ich freu mich auch ob das wirklich echt war ähm ja ich geh noch kurz Marktroom schauen das hab ich nix und die Map ist irgendwie oh well jetzt wollen wir mal spielen aha viel Vergnügen mein Lieber was sind Leute auf den Maps los ey ein Spieler ein Scav auf Customs das ist ja schon ein bisschen mau da seht ihr auch ja ok hier waren welche Frage ob sie Marktroom mitgenommen haben denn Key hat nicht jeder ja aber mit dem Bitcoin ah guck mal vor 19 ja warum sollte das aber hä warum sollte das so sein warum sollte vor 19 Uhr nix los sein ich mein die KI's geben sie immer auf den Maps ich muss ja nicht unbedingt Spieler haben direkt so 5 Stück aber wo sind denn die ganzen Scavs ist das oder 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 hab ich geredet oh mein Gott oh Mann Strelok ich dachte gerade das ist ein Spieler oder hab ich gelabert ich hab kein Schmutz am Marktraum übel ey richtig für den Arsch ich hab jetzt 5 Charges durch ne 6 Charges durch und ca I don't know 400.000 Rubel gemacht mit dem Marktraum und der Key kostet halt einfach 3,5 Millionen also wenn das so weiter geht mach ich einfach so 3 Millionen Verlust nice ja Alex ich denke auch dass irgendwas kaputt im Hirn Gehirn oder so aber ich finde halt Gewalt ist nicht die Randtour da drauf den muss man sich halt fragen warum hat der so ein Tool warum kann er das überhaupt ich glaube halt wir haben Exit Camp ehrlich gesagt naja Saubär ja auf Reserve gibt es ein paar Markträume die lohnen sich echt wir haben ja mit Myrina am Freitag haben wir zwei Armorboxen raus raus geholt das war so nice das war so nice aber renn halt nicht das ist ja nur dein Leben du eben ja das würde ich verstehen verehrte mal aber eben das müssen sie demnach nochmal über die Bücher ich glaube so wie es jetzt ist soll das nicht genutzt werden aber ich glaube die Schüsse kamen vom Hexenhügel warum auch immer da bei 20 Minuten noch ein Pimsi ist weird der Raid ist weird Johnny Blaze was geht's also was zur Hölle passiert hier jetzt haben wir da auch noch einen Camper was ist das für ein Raid der hat an könnte sein kann durchaus sein dass es ein Cheater ist soll er mich killen dann kriege ich einen schönen saftigen Report raus danach gibt es ein weniger ich weiß wo der ist der sitzt beim Häuschen drüben er campt echt Exits Alter der sitzt jetzt da seit 30 Minuten und wahrscheinlich noch kein Kill weil da liegt keiner ja was ne Lusche Skarta moin Alex moin schicken Hut muss nicht eigentlich der Meta-Gear los werden ja doch aber wenn keine Spieler und keine Scaps auf der Map sind wird das schwierig schicken mhm baa 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 gut bb 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 ich bin so auf Jazz im Account nö ich heiße nur so ich mach Werbung für Jazz weißt du alle PMC's dich Killer gehen in ihren Twitch Chat kommst du drauf das ein Cheater sein soll? nö es kann sein kann sein kann sein muss nicht er trifft ein bisschen gut durch Vegetationen Vorella guten Hunger was geht die Damen und Herren Choose Outcome wir haben überlegt ja eben nicht so viel geht wir hoffen jetzt mal auf ein bisschen Action im Raider die ersten zwei waren jetzt echt ein bisschen meh war schon ein bisschen meh ne so letzte Cam ist wo nochmal Interchange ne ja auf Interchange hab ich ne Menge sieh mal überleben Comtec 6b 47 und Gesell muss ich ne Gesell Station die Platten drin hat oder aber nur ne Gesell Geil ich glaube mit dem Rucksack hier kriegst du das nicht alles mit ne? nur ne Gesell Geil es ist ja so Gisell Gisell Ey Wolf Ramel Moin 159.000 Ich glaube ich muss ein anderes Rick nehmen Das ist eh gut, wenn wir Interchange gehen Kann ich No Backpack Exit nehmen Das ist der einzige Exit für mich auf der Map Keine guten Erfahrungen mit den anderen gemacht Besonders weil wir selber weggecampt haben und gesehen haben wie easy das ist Schlüssel habe ich eh keinen auf Interchange, also Wayne Nehmen wir aber nur Geld mit für Auto So das zu dem, dann was habe ich noch auf Inter Ah, ich glaube da muss ich einfach nur eine Maske tragen EFD Decontamination Ja man, Respirator So Oder habe ich noch mehr? Ne ne? Nö Na dann Gehen wir mal auf die beste Map Nicht Habe ich die Max zu Hause gelassen? Name auch ausgesucht oder gezwungen? Ausgesucht, ich mache einfach so gratis Werbung für Jazz Also ne, sie zahlt mir 350.000 Trillionen Euro Pro Tag Wo ich mit ihrem Namen rumlaufe Besser als Schorlein Ah, für mich auf einer Wellenlänge die beiden Maps Ich mag sie beide nicht Not for me Nicht meins Aber wisst ihr was meins ist, Leute? Kochen Ich zeige euch jetzt mal, wie ich gekocht habe Dass ich nicht kochen kann und das geht natürlich gar nicht Entsprechend kochen wir heute mit HelloFresh und dieser simplen Anleitung Man kann hoffentlich nichts schief gehen Zutaten haben wir einen Hooftsteak, Champignons, Zwiebel, Knoblauch, Rahmsauce, Gewürze, Nudeln, die scheinbar Fatoucina heißen Egal, ich nenne die Nudeln Salbei und Gewürze Ah, und noch Käse, aber Nah Also, Rezept sagt Champignons schnippeln Zwiebeln schnippeln Knoblauch schnippeln Salbei soll man scheinbar in Butter anbraten und dann schnippeln Keine Ahnung, aber wir machen, was das Rezept sagt Dann Nudeln zubereiten Fleisch beidseitig anbraten In der gleichen Pfanne Zwiebeln, Champignons und Knoblauch erhitzen Dann die Rahmsauce und Gewürze beigeben Das Ganze ein bisschen einköschen lassen Mit den Nudeln vermischen Würzen Und voilà Ihr dürft mich ab sofort mit Chefkoch Hans ansprechen PS, nein, ich habe nicht vergessen, einen Salbei rauf zu machen Also, wenn ich das hinkriege Definitiv super einfach Super bequem Und für eure eigene HelloFresh Box mit Rabatten Link in der Beschreibung Da seht ihr, ich kann kochen Ihr Ungläubigen Heiden Bin ich hier richtig für den Hero2Zero Stream? Ja, bisher nicht Bisher ist es der Hero läuft allein auf Map-Room-Stream Aber wieso kein Käse? Gerne Wieso kein Käse? Weißt du, was Käse eigentlich ist? Käse ist abgestandene Vorverdaute Milch Na, findest du Käse jetzt immer noch so geil? Wally, danke für den Prime, ey Dankeschön Hanky, fuck you Kein Package-Loss, also Killer ist hier Irgendwo hier ist Killer Nice Und sie suchen schon nach ihm Schluss Ja, ich glaube nicht Wir sind doch nicht Ich habe es nicht mehr gesehen, ich habe es nicht mehr gesehen. Eigentlich habe ich, äh, hatte kein Bock auf Beef, Leute. Mustaschen, danach kann man Beef haben. Ich dachte, man kann ja so placen, aber ja. Einmal nicht. Oh komm, lass mich placen, what the fuck? What the fuck? Hast du mal fermentierte Lebensmittel gegessen? Fermentiert? Ist das das, was man mit Soja macht? Ich habe gehört, das soll man nicht essen. Also fermentiertes. Bäh. Boah. Call on, was geht? Onig ist Bienenkotze. Ja, aber geil. Onig ist geil. Käse ist bäh. I don't go. Nah. Käse wird alles geiler. Alter, ich überpack dich gleich, Tabris. Hey. Feierabend geht und eine Runde Hansgenossen. Ja, moin. Sauerkraut und Essigkuchen sind auch fermentiert. Okay, da habe ich doch keine Ahnung. Da muss Tabris zustimmen. Ja, Mann. Ich mache mir einen Tabris bei 200 Grad Umluft mit Käse. Ich höre gerade so schlecht, ob Gegner da sind, Alter. Es regnet gerade in Strömen. Ich habe drei Monate Primer, lieber. Danke für den Support. Merci beaucoup. Wie schmeckt Hans Käse überpacken? Ja, bei der Menge Döner, die ich esse, schmecke ich wahrscheinlich so ein bisschen wie ein Döner. Vermutlich. So, jetzt müssen wir halt noch in die Mitte die Cam placen, aber das ist nicht so geil. Okay. Also Mission, Cam und irgendwas für Wreckman. Vorne wäre die Cam. Aber ich glaube, dass die Leute Russen kurz den Bossen pippen. Genauso nicht weiter. Chegnow mal bei der Shotgun. Oh ja. Neu. Neu. Lass uns ein wenig mehr auf. Lass uns ein wenig mehr. Lass uns ein wenig mehr. Lass uns ein wenig mehr auf. Blitzprediktion läuft. Blitzprediktion. Eine Blitzprediktion. Geil. Warte, ich habe irgendwo aus dem Augenwinkel eine Rüstung gesehen. Irgendwo war eine Rüstung versteckt, warte ich kam hier rein, ah war keine Rüstung. Das war ein Scaven oder leider liegst du genau da wo ich stashen muss. Seid Ricks, danke für eine Raide, willkommen. Na lief, hattest du voller Raids bei dir oder war er ruhig? Ja super, jetzt kann ich nicht stashen wegen dem. Toll. Ich habe auch keine Cam dabei, scheiß ich habe die Cam vergessen, ich Idiot. Ich habe doch tatsächlich die Cam vergessen. Da gab es keinen Raid Alert, ich glaube der ist ab 20 Viewer oder so, weiß ich warum. War ruhig auf der Suche nach den Goons. Okay, dann deckt sich deine Frau zumindest mit meiner, bei mir ist auch gerade sehr sehr ruhig. Ich denke die suchen Kill, aber der ist hier irgendwo. Ich weiß nicht wo genau, aber der ist hier. Oh mein Gott, ich kann nicht schießen wegen dem. Oh mein Gott. Der Kleiderständer war genau im Weg. Dann die Gesells stashen. Ich mach all lane, ich zähle auf dich keinen Druck. Hey, ich dreh lock. Nur für dich, okay. Oh, da hat er kurz geschwitzt da. Oh mein Genuss der tollen Karte. Ich hatte schon Angst. Was spielst du für eine Waffe? TX-15. Siehst du wegen Dürren auch schöner aus? Oh, hast du mich indirekt gerade schön genannt. Oh, dann hast du die Prediction gerade aufgelöst. Oder? Hä? Die Prediction endet? Aha. Boah. Oh. Aber krass, die ballern da noch rum, aber. Ich zeig glaube nichts, was ich noch machen kann auf der Map gerade. Hallöchen. Renn mal. Ach, alles gut, Ulster. Nice try, danke. Okay. Okay. Ja gut, dann haben wir alle Missions gemacht. die wir hier machen müssen. Hast du schon Holy Hydration probiert? Yep. Ich bin übel süchtig nach dem Kiwi Geschmack. Ich glaube, bei Erdbeer Kiwi ist es so oft dann die ganze Zeit. Weil das Ding ist, wenn ich 18 Uhr streame, kann ich mir keinen Energy ballern. 18 Uhr. Ey, da ist es vorbei mit mir. Dann mache ich meistens ein Hydration stattdessen. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen anderen Server maillen müssen. Ich habe aktuell glaube ich Auto EU drin. Das müssen wir glaube ich ändern. Ich glaube wir müssen irgendeinen speziellen Server nehmen, sonst haben wir zu wenig Spiele. Ich drehe noch. Danke für den Erfolg. Geil. Scheiße. Pssst. Euer war Rudel, bitte. Vielen Dank für den Support, mein Lieber. Dankeschön. Und ihr checkt, wie mögt ihr euren Döner? Was für ne Frage. Scharf mit fett Zwiebeln. Denn stinken muss er. Das war gerade Metall, aber ich weiß nicht wo. Ah, ich weiß wo. Das muss das Blash sein, was da unten liegt. Da. Ich frage, ist er da hinten gerannt oder ist er in meine Richtung gerannt? Na, wer in meine Richtung gerannt hat, hätte ich ihn gerannt. Ah, er ist auf die Power Station gerannt, der Bui. Pink Grapefruit mit deinem Code. Ehre, manf. Dankeschön. Hoffentlich schmeckt. Wobei ich eben sagen, Horey macht Geschmäcker echt gut. Ich weiß nicht wie sie es machen, aber sie machen es gut. weird jetzt haben wir da noch ein Skep drauf rumpimmelt heißt der Spieler entweder nicht so weit oder es ist ein Skep-Spieler oh mein Gott das sah aus wie im Kopf ein Pizza ein Gyros Pizza ist richtig geil aber bei mir richtig teuer ich zahle fast doppelt so viel wie für einen Döner das finde ich halt ein bisschen zu viel aber wenn es einen günstigen gibt oh yeah richtig geil das Auto sogar da dann können wir ein bisschen gehen wir mit dem Skep-Karma dann können wir den Kabel von der Kabel ob hier einer drinnen war sonst zieh ich jetzt eine grafikkarte raus aber weil ich cool bin ich glaube hier war einer doch gar nicht mehr grafiks wenn das noch peter brot fast leider den falschen keiler ba 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 ein arbeitskollege stream elements wieso was hast du denn gegen meine arbeitskollegen diese leute wählen anderen server aus welchen server muss man auswählen damit wir ein bisschen action haben hier nehmen wir den schwitzigsten so schön europa mitte ja ich nehme hier ein paar raus wir nehmen nur einen wir nehmen europa was nehmen wir europe zentral das ist dann so richtig so ready aber hauptsache da ist was los was uns da wir spiel kassens und du hast action schwöre ja ich war gerade hast du verpasst oder so war nichts südafrika haben die server ich glaube nicht allein lemonade und blueberry bär die haben schon geile geschmäcker ich weiß nicht wie sie es machen das ist so ein bisschen wie walter white weißt du ich glaube der max der also der typ mit dem ich kontakt habe bei holy der geht da unten unter irgendwie in seinen keller und dann fängt er an zu mischen keiner weiß wie die rezeptur geht oder so wie bei spongebob weißt du top geheim als er da unten mischt irgendwas zusammen vorhersagen und niemand weiß was genau vorhersage läuft haut nemo was hast du jetzt gegen nemo also was bist du jetzt so stimm ich sollte eigentlich ein fp 100 filter rein machen ok mein filter ist nicht mehr drin warum auch immer condition 90 ok ja guck mal der eine hat mich verarscht dafür habe ich einen vollen filter gekriegt für 80.000 easy water white also meff oh yeah hey leute schimmert heute geburtstag wollen wir kurz singen auf nein auf ja gerade brauche Alter, wo ist es? Das ist ein Geburtstag-Song für Schirm immer. Oh, Happy Birthday! Sagen die übersetzt. Alter, ich will echt... Oh ne Scheiß. Sollte ich mal... Sollte ich mal heiraten oder so, auf meiner Hochzeit? Gibt es einfach eine Mariachi-Band. Das ist die einzige Bedingung, damit musst du einfach leben, weißt du? Ich will eine Mariachi-Band. War ja bei 21. Hauptsache, Kevin, der Schmock hat nichts gesagt. Ja, der wird pennen, Alter. Der hat durchgemacht. Die Nacht davor. Der wird wahrscheinlich pennen bis heute Abend. Also würde mich zumindest nicht wundern, wenn der noch schläft. Ich wünsche eins im M3 auf, dass du noch lange für Hans den Carry Service machen kannst. Carry Service. I1 Carry. E-Beams 1 Carry. Habe eher an Coffindance-Meme gedacht. Ist schon soweit. Ich glaube, der Schimmel hat das Alter erreicht. Kann ja keine Jokes mehr drüber machen. B-B-B-B-B-B-B-B. Zydricks! Danke für den Lack! Danke für den Raid, mein Lieber! und viel Erfolg bei den Goons. Ich habe mir also Bock auf Tarkov. Was haben wir? 1930, ja. Oh. Hey Jess! Das habe ich gar nicht gesehen da hinten. Da musste ich ja kurz gucken. Ja, Kuscher hat eigentlich für den Fälle, den Gedenken. So, ich brauche noch gesehen. Eine Gisela. Eine Geselle. Wow, 150.000, Alter. Wenn ich keine geile Belohnung von Redman kriege. What delivery sucks ass. Dann nochmal auf Interchange, weil die Map so geil ist. Das sind meine Daily Belohnung so ungeil. Ich sehe andere Leute, die kriegen teilweise so Black Key Card, Red Key Cards und so einen Scheiß und dann gucke ich meine Belohnung an. Hier ist ein Tee. Ich habe eine G-Comp-Staffel. Was lag an dir? Interchange. 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 Ah, weisst du was? Ich gehe kurz auf Streets mit dem Scaf. Da kriege ich garantierte Action. Danke, Berset Guys. You make me cry. Oh yeah. Das Save-Word weiss er nicht mehr. Ich brauche kurz ein bisschen krasses PvP. Meine Erektion ist schon wieder so halb so halb weich. Hab gedacht, HO wäre mal ganz nett, aber ehrlich gesagt länger A Home Office. Meine Fresse, hab ich gerade lange überlegt. Ich dachte gerade Hals-Ohren-Arzt. Was? Bist du gestorben? Nö. Alles überlebt bisher. Aber warte, ich wollte euch noch das Ding zeigen. Ich wollte euch noch mein erstes Thumbnail mit Blender zeigen, Leute. Mein erstes Thumbnail mit Blender. Wo ist es? Hier. Guckst du, Leute. Guckst du. Machst du auch. Bist du ready? Bäm. Am Dienstag spiele ich mit Neo und vielleicht, ich weiß auch nicht. Ja, mit Noah meine ich. Ich bin voll mit Noah rein. Was sagt ihr, Leute? Safe-Wort? Ja. Braucht man bei SM, wenn man andere zum Schreien und Weinen bringt? Ist hübsch? Awww. Die Cam ist leider, ich konnte keine, weißt du, das ist dann übelst klein auf YouTube, das Thumbnail. Dann erkennt man schon, dass das ist ein Smartphone, aber irgendwie hat das Smartphone keine Detailstufe, die Cam und so ist nicht dabei. I don't know why. Bisschen schade, wäre natürlich geiler gewesen, wäre hier eine Cam, aber, ah, passt schon. Ich finde es nice. So, für den ersten Try and Blender, ich muss ehrlich sagen, das Tool ist ja mal gigakompliziert. Boah, ist das Tool kompliziert, ey. Wieso Gekko und nicht Sage? Ja, weil mein Kopf auf einer Sage irgendwie weird aussieht, wenn ich da so mit Doppel-D-Möpsen rumlaufe. Und Jazz, was scherzt er? Mittwoch, 18 Uhr? Oder sagen wir 18, 15? Sage hat kein Doppel-D. Weiß ich, was Sage hat. Okay, stimmt. Ich tue einfach so, als hätte ich es nicht gelesen, dann kann ich es abstreiten, wenn ich mal vor Gericht zitiert werde. Ein Headset wäre dufter. Oh, die Gun sackt halt dick ass, die Schabe, ne? Warum haben alle hier nur so ganz dick ass Sacken? Immerhin eine bessere Gun. Ich nehme seine Shotgun, wenn er Bugshot hat. Fuck! Wer schießt den Pulliver Slugs? Was ein quenischer Junge. Oh oh. Nimm das! Puh. Da hat irgendwer jemand jetzt ins ADS gegangen. Ey, Huda. Das ist das Beste aus beiden Welten. Wat? Wat? Aha, der Sage-Kombi oder was? Wird ich schon fühlen. Hm. Ja, doppelt die nicht, aber. Ja, ich habe den Apfelzaun aber runtergeladen. Noch nicht reingemacht, aber der kommt. Ah ja, Substreets auch leer ist. Was ist das? Das gäbe es doch nicht. Ich zwänge mich in ein Sage-Kostüm. EU-West? Ja. Oder Ost? Eins von Bayern. Ich weiß nicht mal welches. Ich habe jetzt EU-West oder Ost ausgewählt. Wieder fort. Ach stimmt, da war ein Nomin, ne? Stimmt, da war was! Ach egal. Hatte nur eine Laps-Karte dabei. Oh. Oh. Und zwar der Raid davor, aber ist gestorben. Nein. Im C-Raids, alle überlebt bisher. Richtig ätzend. Richtig ätzend, dass ich hier alles überlebe. Aber wisst ihr, was nicht ätzend ist? Müde und unfokussiert? Dann gute Neuigkeiten, denn Holy Energy geht in die nächste Runde. Mit noch besseren Bewertungen, noch mehr Geschmäcker, einer gleich einfachen Zubereitung und dem immer noch ungeschlagenen Geschmack. Mit noch mehr Auswahl, mehr Probierpaketen für Neukunden und für richtig heiße Tage einen gemütlichen Eistee. Mit dem Link in der Beschreibung sogar noch Rabatt, also gönnt euch zu dem heißen Wetter. Oh, die Medeis. Vorhersage läuft mit Eis. Vorhersage läuft mit Eis. Ja, aktuell ist ein bisschen schwierig mit Eis, weil warm, aber... Bald ist es soweit. Die Sports-Skins sind echt nice. Sponsor mal alle. Ich meine, die Classic-Skins, ne? Hm. Die sind richtig geil. Ja, aber 20 Euro für ne Classic finde ich halt, hm. Weiß nicht. Wenn sie mir Skill geben würden, wie ein Spieler dort. Nehmen wir mal YouTube-Money. Mein YouTube-Money ist gerade gesperrt wegen Spiegel-TV. Ich kann mir nicht mal einen Sticker leisten. Nehmen Twitch-Money. Ja, ja, ich hab gesagt, danke für den Falle. Ja, mein Channel hat aktuell einen Strike und ist an der Review. Achso ja, da wird nichts passieren, aber trotzdem. Sucked ass. Extra noch und danke für den Prime, mein Lieber. Dankeschön. Einfach mal Ursa verkennen. Ich weiß nicht, wie viel kriege ich für Ursa? Ähm. Die haben alles striken lassen, was den Anzeigen-Hauptmaster betrifft. Echt? Aber why? Macht trotzdem was aus? Ja. Wenn das normal passiert, stehe ich kurz davor, dass ich nie wieder einen YouTube-Channel haben darf und mein YouTube-Channel wird terminiert. Ich hoffe, bist du scheiße gerade, ja? Ich kenne ja... Ne, drei Strikes, dann ist weg. Dann bist du für immer weg. Aber was ich nicht verstehe, der Reaktion geht doch unter... geht doch unter Fair Use. Oder? Also warum kriege ich einen Strike dafür? Und Jess! Dankeschön. Danke, Jess. Danke, danke, danke. Und Sub-Goal erreicht. Nice. Leute, macht mal ein bisschen Liebe für Jess in den Chat. In den Chat. Ja, das ist deswegen ein Reaktion-Video auf den Anzeigen-Hauptmeister. Aber why? Seit wann? Weißt du? Copyright Strike ist, wenn du das Material von jemandem nimmst und das deines hochlädst. So verstehe ich das. Copyright ist du nimmst eins zu eins das Material von jemandem und lädst es aber selber wieder hoch. du copyst deren Werk. Wenn Reaktion geht, soweit ich weiß, unter Fair Use, dann kann der Typ zwar claimen, dass er das Geld kriegt, aber Takedown? Reaktion ist nur konform, wenn du ein eigenes Werk draus machst. Ja, aber du kannst... Das ist das Ding. Du kannst bei einer Reaktion halt... Zum Beispiel, ich könnte bei meiner Reaktion könnte ich argumentieren, dass mein Werk ist die Info, dass nur ein Prozent von seinen Anzeigen durchgegangen sind, weil das war nicht in ihrem Beitrag, aber in meiner Reaktion. Da kann ich argumentieren, das ist mein Mehrwert, das ist mein Werk und schon bin ich fein. Also, weißt du? Klar, es ist mit Reaktion immer so eine Sache, aber... Ja, ich preis auch nicht ganz, wie es funktioniert. Weißer, wann darfst du eine Reaktion hochladen? Ich check's nicht. Jetzt die Frage, rennen wir direkt in die Mitte, dass ich marken kann, oder... Ist das zu risky? weil andere werden schneller sein, glaube ich. Und wir haben wieder kein Package los, also... Könnte Killer da sein. Sir, siegst ein gewöhn Geschenk an Bar Lady. Merci, merci und schau nachs, was geht. Selbst ist die Frau. Da gibt's einen geilen Song von Sido, glaube ich. Selbst ist der Mann. Oder war es Rav Camorra? Ja, ich glaube, die sind reingewrushed. Ich fürchte, ich komme zu spät und Pukot eingeführt ein Geschenk sub. Vielen Dank, mein Lieber. Yeah, ich komme zu spät. Sad Noises. Dafür habe ich jetzt meinen... Dafür habe ich jetzt meinen Top Spawn aufgegeben. RIP. Was? Alle Skins? Alter, du kaufst jetzt nicht alle Skins davon, oder? Wie viele E-Sport Teams gibt's? Warte, Ursa, Alter. Für die Miete. Für die Miete. Ursa, Mann. Vielen Dank, mein Lieber. Leider großzügig von dir. Dankeschön. Das muss ich doch nicht verpfänden. Gott sei Dank. Vielen Dank, Ursa, Mann. 32 mal 33 Euro, was? Ist das nicht 23 gesagt? Ja, Schimmel, ne? Kriegst du am Geburtstag Brownies, also... und Mandelbeerli. Also die Skins musst du dir leider selber kaufen. Ja, Chaz ist eigentlich ein Mann, aber sie rasiert den Bart immer weg. Hättet ihr ihre Fotos vom Gym sehen müssen, wo sie 40er Bizeps hatte. Strom ist auf jeden Fall an. Ich weiß nicht, wo die fighten. Aber ich hab ne Mission. YouTube-Strikers kommt hier Money. Wenn ich YouTube verlieren würde, das wäre finanziell Übersalbtraum. Weil die striken dann nicht nur einen Channel. Wenn du gelöscht wirst, dann nehmen die dir alle Channel weg. Und alle Videos werden gelöscht. Das wäre fatal. Deswegen. Ich bin gerade mit dem Typen von SpiegelTV dran. Das Lustige ist, sie sind sogar bereit, den Strike zurückzunehmen. Und er meinte, sie haben ihn zurückgenommen, aber... Dann habe ich beim YouTube-Support mich gemeldet. Die haben gesagt, nur der Strike ist noch da. Also weiß ich genau, was da abgeht. Die sagen, die haben den Strike zurückgenommen. Und YouTube sagt, sie haben es nicht. Nö, YouTube meint, wenn die das machen, ist es sofort im System. Hat mir der Support gesagt. I don't know. Es ist ätzend. Aber hey, Lektion gelernt. Nie wieder ein React-Video auf irgendwas von einem Nachrichtensender. Aber ich muss mich mal ein bisschen informieren. Was ist okay? Also was ist okay bei Reactions und was nicht? Nein, gehen wir noch die Gisela-Station. Weiß ich genau, wo die Ballen da. Das denn? Hat mir schon ein bisschen in der Stift gegangen. Meinst du, unser YouTuber hat so ein Hate gespiegelt? Ja, wahrscheinlich, weil die haben ja übelst viel gestrikt. Ja, wo denn? Er hat gerade einen Scab angeschnauzt. Aber ich weiß nicht, wo. Lootest du deinen dicken Spieler nach dem Stashen? Ich habe keinen Spieler gekillt, oder so? Aber wir können ja eine Reaction machen auf Spiegel danach. Das war ein Scav, Leute. Ja, das war ein Scav mit Pilgrim. War kein Spieler. Wie viel Arbeitsspeicher zieht Tag auf bei dir? Kein Plan. 15 Gigabyte. Vor allem wollte noch jemand wissen, wie viel FPS ich habe. Gerade 180, 200. Jo. Ist aber ungewöhnlich. Normalerweise habe ich so 100. Das war nicht auf mich, oder? Wollt ihr wie viel Kleins Scavies? Dachte ich mir schon. ein. Und das auf mich. Wer will Beef? Du Du nicht, denn du bist lieb. Ich hab keinen Plan, Leute. Diese Map ist seltsam. Oh. 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 Wieso hör ich denn nich? Wieso hör ich denn nich? Wieso hör ich denn nich? Ist jetzt einer von euch so ein Ding und kann erläutern warum? Was für ein Ding? Ein Testi-Kusi, was ist ein Testi-Kusi? Ist das ein Jacuzzi für die Eier? Ausrufezeichen Seax. Ja, ich weiß wo die sind, vielleicht über mir oder so. Kein Plan, schade. Ja, verarsch mich doch. 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 Lost Gap wir zusammen. Oh, das geht wieder ein Report. Ich liebe dieses E-Mode. Peace. Oh, das war mies. Was ist jetzt ein Testi-Kusi? Habe ich nicht gelesen. Was ist ein Testi-Kusi? Ist das jetzt ein Jacuzzi für die Eier? Ja. Jetzt die Frage Leute. Denkt ihr es war ein Duo oder lebt da noch einer? Okay, das klärt die fucking Frage. Ja, ouch. Die sitzen da zu dritt. Egal, du darf feierlau, was geht's. Ah, der will irgendein cringend Angle halten. Aber wo? Niemand weiß. Das ist halt echt ein Hot Tub für Hoden. Rieser gibt es sowas. Ein Hot Tub für die Eier. Ja, warum? Ich habe die Eier. Dann habe ich die Eier einfacher. Das ist nicht wichtig. Das machte mich über die Eier. Dann muss ich das erst so weit überraschen. 功seien Sie. Das machte Eier. Dann muss ich den Eier. Dann muss ich den Eier. Ich habe die Eier dazu überraschen. Tja jetzt rausfinden wo der hockt ne. Wird ein Traum ich habe keine Nades dabei. Er wird irgendwo da hocken. Und ich habe null Plan wo. Müssen wir halt hin sneaken. Und wo kam das? Ja gut soviel zu meiner Posi. Egal dann kriegen wir den Spieler nicht was so ist. Dafür haben wir einen Moustache. Moustache. Fällt gerade auf? Wir haben einfach kein Survival mehr dabei. Moustache. 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 Soll ich immer der Streamer schuld sein? Ich bin nie schuld. Echt noch was geht. Moustache. Ich bin heute nur nicht einmal gestorben. Läuft nicht so mit Stash leeren. Ich kann ja nicht pushen. Er weiß wo ich bin und ich weiß nicht mehr wo er ist. Ich kann nicht pushen. Ich will aber ich kann nicht. Alter wird irgendwo in der Hacke hocken im Laden. Und wenn ich da rein renne. Das ist halt garantiert der Tod. Wir haben zwei von seinen Mates gekillt. Das ist gut genug. Jetzt hole ich noch eine Grafikkarte und dann gehen wir raus. Wollte halt ganz lieb fragen ob du den kennen darfst. Hallo. Darf ich dir liebevoll meine TX-15 in den Arsch schieben? Danke. Das Ding kostet sehr. Jess warum guckst du eigentlich Jacuzzis für Eier an? Jan Geburtstag oder? Vor allem ist das nicht voll ungesund? Ich meine Männer haben die Eier außerhalb vom Körper. Im Gegensatz zu Frauen. Weil die eben nicht zu warm haben dürfen. Deswegen weiß ich ob das eine gute Idee ist. Die Eier in einem Jacuzzi zu braten. Kannst ja kaltes Wasser reinmachen. Toll. Da geht das Jacuzzi-Feeling aber verloren. Wenn nicht viele PCs hier ne? Äh Maccarelli will man das wissen? Yes. Ich will. Ich will. Ich will. Ich will. Und dann haue ich ab. Ballern die wieder rum. Das ist aber keine Money mehr für den Spaß. Aber Killer ist hier irgendwo. Also naja. Mach auf E-Girl. Ich brauche unbedingt nen Voice-Changer. Ich muss mir das aufschreiben. Kann mich einer nach dem Raid daran erinnern? Bitte erinnern Leute. Ich muss mir so nen Voice-Changer holen. Ich will. Ich will. Ich will. Den haben nicht gequillt. Den hinteren haben glaube ich nicht gequillt. Da ist auch kein Blut dann, siehst du? Den hab nicht ich erschossen. Hier fällt mir nix. Hi Flex, irgendwelche Tipps gegen Super Chats? Nö, Erfahrung, Spielstunden. Aber es gibt nicht die super krassen Tipps. Ansonsten die drei PvP-Videos gucken, die ich habe. In der Badewanne kräftig furzen und den gleichen Effekt. Ja, aber... Weiß nicht, ob ich es gleich geil finde. Ja, da muss ich mich anstrengen. Weißt du, bei einem Jacuzzi passiert von selber. Gucken, solange sie nicht online sind. Ah ja. Eine E-Mail vom YouTube-Chat. Okay. Überlebt Hans seinen fünften PMC-Rate. Einmal auflösen, bitte. Voice Changer. Danke. Oh. Hallo Leute. Stream heute ein bisschen Tag auf. Nicht vergessen, by the way, meinen OnlyFans zu abonnieren. Für eine Fünfer Geschenk. Subs. Bombe. Äh, zeige ich euch ein Bild von meinem Nippel. Hat eine neue Cap für dich. Show me. For real? Das habe ich bei Tony. Bei Tony habe ich das gemacht. Tony Nerd. Da hatten wir eine Wette am Laufen von wegen Einsatz war mein Nippel und da habe ich ihm wirklich meinen Nippel geschickt. Er wusste nicht, wie wir umgehen im Stream. Er war sichtlich verwirrt. Er dachte wohl, ich mache es nicht und dann einfach nippeln. Ja gut, das Voodoo verkaufe ich noch von Hand. Und das ist, das ist so viel wert. So. Nice. Nochmal eine ganze Reihe Missions erledigt. Und vor allem halt die Skier Mission. Gut. Scheiße, jetzt brauchen wir eine neue Mission, Leute. Jetzt brauchen wir eine neue Mission. Wir können Streets machen. Streets habe ich übel für. Sniper töten. Das Apartment von Brabort. Glory to CPSU. Wo war das nochmal? Wo war das doch gleich? Das Taxi benutzen auf Streets. Okay. Ba-da-baa. Vorhersage läuft. Also was für nicht, Cappy? Ich wüsste schon immer, dass du überheblich bist. Oh. Oh. Ja, aber weißt du was? Du wirst es nie beweisen können. Außer wenn ich mit Streamen entscheide, dass ich mit Streamen aufhöre und meinen Pim in die Cam halte. Mafia Methodik. Ey, da warte. Morgen bei Spiegelmoor. Wenn ich darauf reakte, auf meinen eigenen Nippel werde ich wieder gestrikt. Wenn ich auf meinen eigenen Nippel reakte. Das wäre doch was. Ich rackte auf meinen eigenen Nippel und kriege dafür einen Strike. So. Street. Sausage. Glory to CPSU. Da baue ich glaube ich nichts für, oder? Glory to CPSU. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Da baue ich den Ball pen. Masones. Nö das Constitution. Fausage. Mö, das will wir nur den Raum finden. Ok. Dandies. Das ist mit dem Bomba Beanie. Musician gathering Spot. Okay, dabei brauche ich den Kee. Das ist das nabrat. das ist easy das auch und der sagt es naja habe ich denn hier den key skybridge habe ich sogar das ist ein 50 cent beat hier hat dabei mitgekriegt dass der typ wisst ihr noch wer das wickel video gemacht hat hier sind der Daher geht's. Tarkov. das gucken wir uns dann noch an der hat ja der hat ja das ding video gemacht der wiggel cheats das war sein video megatron ein für zwei monate danke danke muss labs medelie danke für follower wieso mussten so labs gehen jess und bei der wii hau doch mal eure besten mutter flachwitze rauf hans steht drauf durch teilt euch einfach alle come at me bro fight me bro brah aber jazz warum labs timer button is ready oh yeah waren sie alle weg oder es einfach scheller mir kraut das vor der guide würde ich nie machen mission sagt es herr group employee das sagt auch was habe ich hier nochmal drauf euer stimmt jetzt habe ich den pedums ich habe nicht mal gelesen also schnell war us huko schreit was einfach beim du spielst du heute eigentlich allein weil ich allein spielen wollte Warte, Karte kostet 500.000? What, why? Ne, warte, letztes Mal, als ich geguckt habe, war die 180.000. Ah, wenn du in den Raum rein willst, die mit Blue Tape, okay, ja. Einfach Exit Campen, Jazz. Einfach Exit Campen auf Labs, hab gehört. Hab gehört, die coolen Kinder machen das so. Ui. By the way, Leute, kurz Nachfragen im Chat. Folgende Überlegung. Morgen ist ja Valorant mit Noor. Weil ich denke, das ist cool. Mit den Jungs. Hab jetzt ein paar Jungs kennengelernt in Valor, also Streamer. Da komme ich ein bisschen in die Community rein, das ist geil. Und dann erst mal was, Stranded Deep. Ich glaube, das wird auch lustig. Mit Nari. Survival Game. Mit zwei Chaoten. Kann auch gut werden. Und dann ab nächste Woche habe ich mir überlegt, dass wir ein bisschen in den Rainbow reinschauen. Weil ich gesagt habe, es hat schon Bock gemacht. Eben, das Matchmaking ist aktuell ziemlich für den Arsch, aber es wird halt von Woche zu Woche besser. Ich denke, Rainbow wird ja von Woche zu Woche besser, was Matchmaking angeht. Also wäre das halt auch interessant. Aber das Game hat schon Spaß gemacht. Wir müssen ja sofort aus der Schusslinie. Vieler Spoons. Ich muss ja mit Loot raus, wegen den Kosten. Ich erst baue, einfach eine Bitcold fahren. Das löst alle deine Probleme, I promise. Pinky promise. Mal überlegen, warum sind wir hier? Ah ja, Sausage, genau. Wofür brauche ich denn einen Laden hier vorne? Kommt wieder ein Helldiver-Stream? Aktuell ist keiner geplant, ne? Hey, old school, maman. Mal schauen. Sollten neue Konten kommen, dann schauen wir da sicher auch wieder rein. Aber im aktuellen Stand haben wir halt alles, ne? Also Stand heute haben wir halt alles freigeschaltet, was es so gibt. Müssen wir mal warten, bis die was machen. Aber das wäre so die Idee. Danach wieder ein bisschen in Rainbow Six reinschauen. Ich glaube, das Game könnte geil sein. Wir werden. Also Paul wird immer weiterspielen. Da gibt es halt auch nichts Neues. Haben wir auch durchgespielt. Meine Games sind geil, aber aktuell gibt es für uns nichts zu tun. Paul wird bekommt einen neuen Rape Boss. Aber eben eine. Und ich denke, weißt du, weiß ich, ob sich das lohnt. Mein Server läuft ja nicht mehr. Also müssen wir von vorne anfangen. Das sind was? 20 Spielstunden, bis man wieder alles so ein bisschen aufgebaut hat? Das wären... Das wäre eine ganze Woche Paul World Streams. Auf 1 und nur 4 GPUs. Ja, das ist das Problem, Jess. Auf 22 GPUs und schon hast du keine Geldprobleme mehr. Ey, also Rainbow Recoil ist abnormal. Ich kann das nicht kontrollieren. Ash, die, was ist das? AK oder M4 von Ash? Alter. Wie zur Hölle können Leute das kontrollieren? Es ist mir ein Rätsel. Ey, da guckst du Leuten zu, die Waffe bewegt sich kein Millimeter und bei mir macht sie brrrr. Ja, ja, übel. Viele Leute haben da ein Recall-Skript drin, 100 Poe. Wenn du siehst, wie ruhig die Waffen sind bei denen, die bei mir so ein Recall haben an der Decke. 100 Poe haben da einigen Recall-Skript. Hast du schon was zu Helldiver gesagt? Ja, eben. Es ist halt schwierig. Wir warten halt auf neuen Content, ne? Aber dann werden wir da schon reinschauen. Aber aktuell gibt es halt da nichts zu gucken. Ah, genau, hier müssen wir noch hin. Grocery-Store. Uh, da wird geballert. schön. Ich glaube, in Rainbow erkennen sie es nicht. Das Problem aktuell in Rainbow erkennen sie diese Skripts nicht. Soweit ich weiß. Da war noch geballert. Wo sind denn die jetzt hin? Ich höre wieder mal geistert oder so. I don't know. Rashi, danke für 15 Monate, mein Lieber. Danke für den Support. Danke, danke, danke. und da ist ein, like, ah, haben wir geflirten. Was ist das eigentlich für ein scheiß Bug, dass man sich bewegen kann, wenn man aufsteht für so eine halbe Sekunde. Aber auch krass, dass er ausgerechnet dann den Gang piekt, wenn ich komme, ne? Hey Mr.. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Bin ich jetzt einfach Mr.. Lover Lover? Ich glaube nicht, dass ich den kriege. Ich glaube nicht, dass ich den Spieler kriege da. Ich verstehe nicht ganz, wo der war. Oh, oh. Oh, oh. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich hab keine Ahnung. Auto müsste ich mal benutzen. Das ist halt auch nicht so eine geile Idee mit diesen offenen Straßen. Ich sehe auch nicht ob das Auto da ist. Ähm, ja Snake, jaja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaub Grey's and Warfare ist durch für mich. Ähm, ich hab mir das angeschaut. Und, jo. Es ist kein Game für mich und damit, jo. Boah, diese Ausdauer, mein Duuuuut. Oh Gott. Ich mein, immer sieht aus wie Radio Nord auf einer größeren Map. Ich denke eben Leute die Survival Shooter mögen, die werden daran Freude haben. Aber ich bin halt definitiv nicht die Zielgruppe dafür. Wenn man jetzt nach mir gehen würde, dürfte es selbst Tag auf ein bisschen Arcade lastiger sein. Deswegen, also Grey's and Warfare ist wirklich gar nichts für mich. Bei zu. Geil. Geil, da haben wir immerhin eine Mission. Gehen wir hier in ein Mission. Glaublich wo der andere Typ hin ist, ja. Ja gut, daneben nisch. Oh, mein Computer ist wieder eingefroren. Warum schafft es Tarkov als einziges Gamer nicht immer mein Computer einfrieren zu lassen? Immer nach dem Raid, weiß ich, bin ich der einzige der das hat? Und am Anderes auch, immer bei diesem Laden oder so friert bei mir alles ein. Ganzer PC aber eingefroren. Aber ich auch, okay. Gut, bin ich nicht alleine. Naja, aber eben, also Greyzone ist definitiv kein Fake. Ich glaube, das haben wir alle gesehen jetzt mit dem Gameplay, aber es ist nichts für mich. Jetzt hängt er wieder, ich kann nichts tun. Meine Musik verläuft nicht. Mein Kollege schmiert es sogar ab. Ich habe mir das Gameplay nicht angeschaut, ich habe ein Video auf dem Channel. also ich habe das von denen runter geschnippelt in der Reaction. Aber es ist halt, ja. Es ist halt ein sehr langsamer, taktischer PvE-Shooter, so wie es auf mich wirkt. Und beautiful light sieht nice aus. Beautiful light sieht echt nice aus. Aber ja. Stardew Valley geht zu Ende, wat? Damn. Das ist schon dieses 2D-Game, oder? Aha, nee, okay, ich dachte ein anderes. Weiß ich mal, was das ist. Farm Simulator, oder was? Das ist schon dieses 2D-Game, oder was? Da, da, da. Da, da, da. Ab Labs geschafft, rein und raus das Ding. Hast du nicht gesagt, du willst looten, weil du Geld brauchst, Jazz? Eieiei. Ähm, beautiful light ist eigentlich direkte Konkurrenz zu Hunt Showdown. Boah. Ist doch super, dann kriegt er Hunt Showdown vielleicht endlich mal einen Arsch aus, äh, den Finger, Finger aus dem Arsch, den Arsch aus dem Finger, ey. Die ruhen sich auch viel zu sehr drauf aus, habe ich so den Eindruck. Da, 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 da. Ich meine, ich finde das Setting von Hunt Showdown halt richtig geil. Und warum habe ich wieder ein 100er Ping? Wird wieder ein Bomben-Server sein, yep. Das Setting von Hunt Showdown finde ich richtig geil, man. Ja, ist richtig nice, aber die Umsetzung ist ein bisschen meh. Superman. Der Boss ist da. Nice. Muss man nur gucken, dass der mich nicht abknallt. Wobei, mit meinem Scaref Karma sollte er zögern. Also zumindest zögern und nicht direkt abdrücken. Aber dann können wir da leider nicht rein. Das heißt, wir können da leider nicht rein, wenn der Boss da ist. Ich habe keinen 6er Karma. Also wenn ich ihm zu nahe gehe, würde er mich töten. Oder zumindest auf mich schießen. Wenn ich zurückschieße, verliere ich Karma des Todes. Ja, ja, ich gehe jetzt von der anderen Seite rein. Da ballert scheinbar jemand. Was ist denn das für ein Ping, ey? Das Spiel auf EU-Ost. Da habe ich ein 15er Ping auf dem Server und dann kriege ich sowas. Beguckt euch die ganzen Exceptionen an der Server ist wieder richtig am da sterben. Ja, ein Spieler mehr. Der Server so richtig am Rad, am Schwitzen. Oh, da rennt einer rein. Ein Spieler mehr connected, der ganze Server. Da, pfff. Da wieder raus. Das ist ein Spieler, der da raus gerammt ist. Das ist ein Spieler, der da raus gerammt ist. Was ist denn hier Metall? Boah. Oh my. Das heißt, er rennt gerade über die Kreuze und vielleicht kriegen er denn. Hier ist auch einer drin. Hier nebenan, ne? Wir haben ein gutes Gear, also wir sind, wir sind fit. Schönen wir leider anders. Schönen wir leider noch. Er läuft bei ihm. Ein guter Server. Was machen wir mit dir? Warte, ich habe voll die Idee. Wir machen ihm mal eine Freude. Wenn er reconnectet, liegt da einfach eine AUG und er weiß nicht warum. Da liegt einfach eine AUG auf dem Boden. Autsch. Ja, der Ping ist, dass er sich rotzt. Deswegen ist es auch so ruhig. Die meisten Leute fliegen direkt wieder raus. Ja, lass mich mal nicht killen. Okay. Jetzt fallen die da. Ich bin nur ein Madmung. Ich bin ein Kev. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, gut. Wo ist der PMC? Ja, ich habe einige. Nach dem Van. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Wo ist der PMC? Ich weiß nicht. Ich bin auf der anderen Seite. Ah, okay. Okay. Ich werde jetzt hunting. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Aber das BTR. Ja. Oh. Hey, Beus. Hallo? Beus? Wo sind die jetzt hin? Hallo? Wo warst du? Hey, Beus. Komm zurück. Komm zurück. Ich habe ihn. Wir haben einen Raidpack. Wir können loot. Let's go. Oh, cool. Okay. Loot er selber? Nein, Mann. Ich bin ein Kev. Ich bin ein Kev. Ich bin sehr entspannt. Ah, keine Worte. Du hast ein Damage gemacht. Das ist ein guter Arm. Das ist gut. Das ist gut. Look at ihn. Wow. Wow. Wow, du... Wie hast du all diese Leute zu töten? Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh. Oh. Das ist gut. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Griech. Ich bin glücklich. Siehst du? Hey, komm hier Ah, warte, warte, ich habe etwas für dich Ich bin hinter dir auf dem Boden Der CMS-Kid Da ist nochmal Loot Wenn ihr wenigstens Queen da ist, dann braucht er, also ist es verreckter Der Typ ist am sterben Überleg mal, ob ich die AUG nehme Ich mag Nevermind Ah, der Classic-Skid Classic-Skid Ich überleg mal, ob ich die Nevermind Ich kann halt die Amore spüren, also Hello Boys Das sagt ja richtig Ass für den Sind wir ja längst ausgezogen Das wäre klar Jazz Looted Zuerst nackig und da wird Fragen gestellt Der noch was Ja, der packt nicht bis zum Axel Wenn er nicht endlich mal seinen Bauch heilt Wird der verrecken, ja Man, du sollst deinen Kopf fixen Wir werden sterben Ist ihm real Dann verabschieden wir uns von Timmy Nummer 3 Stationshaft, Entrance zu Katakomb Oh, den Arc habe ich Ich hab' gesagt, er liebt mich Leute Oh, ist der süß Und zu Wave, danke für drei Monate mein Lieber Vielen Dank Dankeschön Ich weiß nicht warum, aber aktuell macht Scaven auf Streets irgendwie am meisten Spaß Es ist so dieses Ich finde halt Scaf Karma scheiße Kennt meine Meinung dazu, ne? Und früher war halt wirklich, wenn du Wenn du Scaven warst auf Customs Wenn du nicht wusstest was tun Hast du aber eine Runde Scaf gespielt auf Customs Und du hattest einfach die Action deines Lebens Immer Es war immer einfach pure Action Und lustige Action Weil alle haben Kackwaffe Naja, du gehst halt auf Customs Und siehst du irgendwie einen Scaf Spieler Du hast eine Mosin und eine Kette kaputte Und dann schießt die aufeinander Ist aber falsch Es war einfach lustig, es war geil Und das vermisse ich ein bisschen Und gerade so Scaven auf Streets aktuell Gibt mir genau das Feeling wieder ein bisschen zurück Wie es halt früher war Hi Bubi Ss Snake Nein I Ich habe noch nie Ich konnte noch nie sagen dass bei einem Game eine Community an sich irgendwie toxic wäre. Das einzige Game, was ich einfach übelst toxic finde, ist Cers. Sonst geht es eigentlich immer. Jedem Game. Leute kann ich halt nicht wirklich beurteilen, aber... Na geht's? COD ist auch viel zu weich geworden. Ich fände COD ist richtig langweilig geworden. COD war früher auch richtig geil. Weißt du, du hast ein Match oder so und dann killst du ein paar Leute und die sind richtig abgegangen. Ey, die haben dich angeschrien. Weißt du, get good, you fucking Noob. Es war richtig lustig, ey. Das war so eine geile Zeit. Diese Voice-Interaktion am Ende... Ah, das war... Das war so gut. Das fehlt mittlerweile. Aber COD nach der Runde keine Sau redet. Sind alle viel zu weich geworden. 40 nehme ich, 37 und 41. Der Rest kann gehen. Leckt bei dir Tag auf meinem Menü? Nee. Also bisher nicht, aber ich bin auch nicht im Menü gerade. Seh ich gleich. Ne, in CS Go ist er noch da. Ne, bei mir ist alles gut im Menü. Also ich finde CS ist furchtbar. Was die Kümel... Also was, ähm... Also gestern habe ich 3 Stunden CS gespielt. Das war furchtbar. Holy shit, ey. F-Bomben, N-Bomben. Keine Ahnung, wie oft Adolf genannt wurde. Nazis, Hakenkreuz an die Wand malen. Alter, oh. Holy shit. Und wirklich jede Runde. Jede. Also zuerst ist es ganz, ganz oben. Was... Toxiness angeht. Das habe ich noch nicht erlebt in einem Videospiel. Das ist insane. Aber da ist es halt nicht lustig, weil es deine Mates sind. In COD war es halt witzig, weil es sind deine Gegner. Weißt du, wenn deine Gegner dich trash talken, so, pfff, ey nice, Alter. Das ist so, oh ja, oh, gib mir mehr, oh. Aber wenn deine eigene Mates halt so reden, boah. Wo kommt man Skybridge Key? Äh, in der Bahn der Nähe. Am einfachsten kurz Google fragen, da siehst du ein Bild dazu. Das habe ich auch das Gefühl, Psyko, ja. Das habe ich auch ein bisschen Eindruck, dass... Irgendwie fehlen mir in CS die Leute, die... einfach ein bisschen Spaß haben wollen. Irgendwie entweder du bist am Grinden oder du machst irgendwie aus Hass, habe ich das Gefühl. Kill Voices in COD. Ja, die gibt es irgendwie nicht mehr. Also, ich kill einen, du hast noch nie was, ich höre nichts. Und nach dem Game ist der Voice offen für alle, keiner beleidigt den anderen. Es ist richtig langweilig geworden in COD. Ich vermisse das. Ich fand COD richtig funny, als die Leute so richtig toxisch waren nach der Runde. Das war lustig. Das war irgendwie der Teil von COD. Das war halt irgendwie COD. Und jetzt redet keine Sau mehr. Alle erwachsen geworden, ja. Langweilig. Baby. 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 Ja, und Apex ist halt schwierig aktuell nach dem Cheater-Vorfall von heute, ne. Oder gestern. Alter, ist das heavy. Das ist so krass, wenn man überlegt. Einfach aus dem Nichts raus, weißt du? Alter, Alter. Was war da? In einem E-Sports-Turnier live haben Cheater das Game übernommen und sich in die Accounts von den Pros gehackt. Und denen dann Cheats enabled im Game. Also der eine hatte plötzlich einen Wallhack. Er war so mitten in der Runde, plötzlich sieht er alle Gegner und er so, what the fuck is hier los? Ein anderer hatte plötzlich einen Aim-Bot und sowas. Ey. Dann mussten sie das Turnier abbrechen. Ey, Dom. Das war, boah. Das war echt heavy. Warte, bin gleich zurück. Dann erzählen wir uns euch was über geiles Gamer-Gear. Wie wär's? Formen muss die Hardware stimmen und da kommt Kader Games ins Spiel. Die Jungs machen richtig große und gute Mauspads. Aber ich würde nie was empfehlen, was ich nicht selber getestet habe. Also hier ist das Schmuckstück bei mir zu Hause. Super Gleiteigenschaften für eure Maus an der Textiloberfläche, rutschfest unten, gut verarbeitet, die Nähte werden nicht aufgehen, waschbar in der Waschmaschine und wenn ihr möchtet, richtig groß. Alles, was ihr braucht, damit euer AIM sitzt. Natürlich jede Menge Designs im Shop und mit dem Code sollhanswader10 nochmal 10% Rabatt. Viel Spaß. Tja, wo ist er hin? Er ist weg. Einfach verschwunden. Meine Fresse. Also der klingt ja mal derbe ungesund, ne? Ist irgendwie seltsam so zu streamen, ne? So ohne Cam. Das ist irgendwie komisch. Der M ist weg. Ja, aber beschwert sich auch keiner. Jetzt 50 Euro mehr. Buko. Kannst mir mal in Nüsse sacken. Und das langsam und zärtlich. Will man Subgeld wieder haben? Non-refundable. Stand im Kleingedruckten. Er ist da net mal gelesen, ne? Schon seltsam. Würdet ihr in den Stream gucken, wenn keine Facecam da wäre? Was sagt ihr, Leute? Ohne Cam suckt. Schon irgendwie weird, ne? Es fehlt so der Charakter irgendwie. Hallo? Oh, ein Profi-Profi-Dahn. Oh Gott, den habe ich noch nicht. Den Nüssec. Den Nüssec-Mini. Geil. Er kann nicht ohne. Er ist schon weird, wenn wir ohne Cam streamen, ist seltsam. Don't know. Ich meine, weißt du, noch fronking die Leute, die es machen, so ist jedem sein, selber überlassen. Weil ich könnte es nicht, weil du kannst einfach die Emotionen nicht so richtig rüberbringen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, weißt du, wenn ich jetzt hier setze und sage, boah, Bukow, pick dich. Das siehst du, weißt du, du siehst meinen Wut, du siehst meinen Wutanfall. Du siehst den Hass in meinen Augen. Aber ohne Cam, ist das so? Ja, boah, Bukow, Alter, ne? Einmal ins Knie und so. Ist nicht das gleiche? Ey, Fuchs mit dicken Möpsen, ich weiß genau, was du gesehen hast auf Twitter. Ich habe es auch gesehen. Alter, Twitch ist so im Untergang geweiht. Scheinbar gibt es jetzt den neuen Trend irgendwie von VTubern. Die streamen jetzt. Ich streame jetzt irgendwie so, dass... Wie beschreibe ich euch das, wenn ihr es nicht gesehen habt? Äh... Guck mal echt nicht durch wegen dem Vorhang. Also, stellt euch vor, den Ausschnitt einer Frau und die Möpse sind wie grün angemalt und dadurch ein Greenscreen und darin ist das Bild vom Game. Also ohne Scheiß, Alter, das wird immer trauriger, diese Shitshow. Scream, danke für zwei Monate, Mann. Merci beaucoup, danke für den Support. Danke, 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 Leute. Noch ein Monat, Twitch Partner Premium Plus auf Wish bestellt und dann, äh, mache ich fette Party. An nächster Woche gibt es noch ein Game Away, stimmt. Ich weiß aber noch nicht was. Einmal was kreatives. Budget ist so 20, 30 Euro. Einmal was cooles, das wäre cool, Leute. Das wäre cool, Leute. Er muss schon zum Game passen. Vielleicht machen wir es in Rainbow. Weiß auch nicht. Alter, hast du eine Idee? Cooles Giveaway. Idee für ein cooles Giveaway. Budget so 20, 30 Euro. Der Rainbow kostet aktuell nur 5 Euro. Da kann ich keine Lizenz anbieten. Kasten Cursor. Kasten Cursor. Erstmal Bier. Battle Pass. Das wäre eine coole Idee. Den Rainbow Six. Rainbow Six Battle Pass. Das wäre echt eine gute Idee. Kann man das so Giveaway machen? Hat Rainbow so ein System oder muss man da einfach so eine Gift Card verlosen? Hello from the other side. Last song. Leer? Ich muss ein bisschen Hüftfeuer üben, falls ihr euch fragt, warum ich so dämlich mit Laser schieße. Mein Hüftfeuer suckt ziemlich ass, deswegen muss ich das üben. Hier ist ein Dead rüber gewolltet. Bitte warte. Ich dachte doch, da ist noch ein anderer. Geht aber geht nur über Ubisoft Connect und wenn ihr Freunde seid. Ja gut, dann editmen sich halt kurz. Und sonst über Karten geht es eigentlich immer. Nice, sogar gesungen. Oh, finde ich doch immer. Warte, ich habe YouTube Chat. Hier, um. Dark of Stash-Plätze. Kann man die überhaupt als Giveaway anbieten? The fuck? Wie sieht der Bisch? Das geht. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen. Weiß nicht, ob das überhaupt noch gefragt ist, weißt du. Ich habe ein bisschen das Gefühl, so die Leute, die es brauchen könnten, sind nicht mehr dabei. habe ich so einen Eindruck. Hey, Juan. Ich mache gerade wieder Nippelbilder. Oh yeah. Ich habe es dann erst gekauft. Dann machen wir vielleicht am Freitag, könnten wir. Freitag, ein Stash, Upgrade als Giveaway. Nächste Woche ein Rainbow Premium Battle Pass. Was? Ja, ich weiß nicht, was, oder? Ich weiß nicht, dass noch Partnerring anfragen. Ich kann sagen, er geht auch safe ans MG, das machen die immer. Wenn gut, easy. Es ist eine Möglichkeit zu trainieren, dass man mehr Bilder pro Sekunde wahrnimmt. Nö. Ich glaube nicht. Du meinst, dass du so eine Art Slow-Motion Technik plötzlich antrainieren kannst, dass für dich alles langsam geht. So Spider-Senses. Nur aber die Idee von einem Flick ist, dass es schnell ist. Also wenn du halt, also ich kann es nicht so gut. Jetzt Leute, die können das tausendmal besser als ich. Aber die Idee von einem Flick ist ja, dass du halt, wenn plötzlich was ... Oh mein Gott. Danke für die Demo. Warne die ganze Zeit. Die Idee ist ja, dass du schnell bist. Aber ich meine eben, ich finde es nicht, dass ich so krass oder unterwegs bin. wenn du da irgendwie E-Sports guckst in Velo oder so. Alter, voll geil. Das ist anders, Alter. Das ist so das Gefühl. Keine Ahnung. Die funktionieren irgendwie anders, die Leute. Also TX-15 muss sterben. So, was muss ich noch machen? Dangerous road. Nice. Broadcaster überleben. Nice. Das kann man nicht machen. EFT Pets want needed part 2. Dafür müssen wir alle Läden ablaufen. Den, den und dann am Ende hier ... Das ist ein bisschen blöd für uns, weil wir schlechte Spawns dafür haben. Das können wir machen. Ja, wir haben keine guten Locations. Ich höre irgendwas und ich finde das Suss. Da ist doch safe einer drin, da ist immer einer drin. Alter, ich muss da auch rein, ich will da nicht. Wenn das aus ... Da ist ... Was ist ... Wann ... Da ist es ... Wann ... Also ist ... Maier ... Und ... Was? Da ist ... Böck ... Da ist ... Da ist ... Oh shit, er ist ja genau dann zurückgelaufen, wie schade. Apotheken muss dann einen Run machen, ne? Unlucky, ey, wenn der Typ einen Schritt nach vorne gelaufen wäre, tot gewesen, da. Hat and Neck, Alter. War da was? So, wir haben endlich die erste Waffe verloren. Lopa. Otra Vesa. Was ist denn Spanisch hier? War er, er ist eigentlich gepennt? Endlich? Ja, die Idee war ja, dass ich ein bisschen Platz im Stash kriege. Weil die Idee heute, es klappt nicht so gut. Was ist denn hier drin? Was ist denn hier drin? PS. Ja, ja. Hab ich, funny story, Achtung. Hab doch Urlaub. Wow. Nicht erst ab Mittwoch, sondern seit heute. Ja, ich gebe zu, ich bin schon ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich sagen. Ich will auch Urlaub. Dann vor Arbeit, Kollege nicht da, Kinder nicht da. Das ist eins von denen, was nur seitlich kann. Achtung. Ist ja wieder 따�lich. Achtung. Ba, ba. Da, 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 da. We the wanna be slow mo. party einen kalender geguckt und dachte ab ins bett ja besser ist man ich weiß nicht wie küsst kevin gilt er war vorhin ganz kurz hier bis zum ersten mal der kevin alert kam dann ist er direkt wieder gedippt aber war zu viel für den arm also aufstehen der typ noch so aufgestanden weiß dann hast du die sandmann spucke in den augen dann hörte direkt war so sie dich um und sei bereit so gibt mein kack da geht stream deck nicht gut hier spotify connecte jetzt geht nicht mein stream deck ist kaputt aber alles glaube ich den muten kann ich mich wow ich bin gar nicht im disco sich gerade das meinte er mit quer strömen ok ja gut ja gut wer hat ein birthday lied gesungen kevin nee doch stimmt er hat mal auf reserve war das glaube ich das wäre was ich hätte auch einfach an den nari hat er schon ein und hätte ich den von forest genommen wie ging der noch mal nari so aus sechs wo ich aber gut jeder braucht ein alert ich meine alert von hild das auto schlecht hast du damals mitgezockten hans showdown echt lange her warst du da dabei war doch mit äh so schiss mit name mit milchkicks genau was macht er eigentlich ich bin frechst du warte den habe ich irgendwo ich bin zurückgekommen wie terminator du fährst bmw und ich fahr rollator tage spielen und arbeiten eieieiei hat sich verändert der mann mit dem er arbeiten geht erkenne ich ihn kaum wieder das ist das ding weißt du die handrunden waren irgendwie lustig weil wir spaß hatten eigentlich war die runden richtig scheiße weißer oder oder sehe ich das falsch ich fand so wir hatten spaß weil wir spaß hatten weißt du aber nicht wegen dem game per se so schade man hat so viel potenzial aber die nutzen es einfach nicht das baum ist so toll das baum ist so toll Warum ist das Game so leise? Kann das sein, dass das Headset ziemlich scheiße ist? Oh, du hast sogar gefunden. Ah, der Ursa. Boss ist da. Der Boss ist da. Dann gehen wir mal langsam in die Richtung. Das Problem ist halt, es werden jetzt alle davor gammeln. Kurz im Lurk, kein Stress. Warte, ich habe Timestamp vergessen. Nicht gut. Was muss ich machen, damit ich hier als der Mod angesprochen werde? Okay, ja. Jetzt nehmen wir alle eine ruhige Chillpille und atmen locker durch die Hose. Warum habe ich zu bei River als Exit? Wenn ich sage, boah, die Exits machen irgendwie gar keinen Sinn auf Streets. Habe ich so das Gefühl. Okay, damit du als Mod angesprochen wirst. Also der Mod hat auch Ansprüche, der Mann. Die habe ich die Farmersy, die andere wäre hier, aber die ist halt echt kritisch. Danach kann ich auch nicht extracten. Doch mit dem Elevator. Wollen wir das probieren? Was habe ich denn sonst noch offen? Äh, genau die Läden noch. Spire. In Pinewood und Primorsky. What für ein Ding? Delicious Sauce. 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 Die Sauce, Freunde. Den haben wir. Ah, den noch. Ja, aber den anderen. Ah. Hä? Hä? Den hat nicht gezählt? Oh no, der hat nicht gezählt. Fuck my life. Ha. Chie! Oh no. dissolst du das? Ja. Thema. Paar Schüsse und dann nichts mehr. Weird. Ich habe ein Headset, ja. Ich habe kein Headset. Der Raid wird ein Albtraum. Tag auf ohne Headset. Gleich sagt mir das Gaby wo die sind. Weil hören werde ich sie nicht. Was? Der Scheiß ist kugelsicher? Der ist trickier. Das wird eine schwierige Runde sag ich euch. Muss unbedingt ein Headset finden. Sonst leben wir nicht lange. Da könnte einer legit vor mir rumrennen und ich würde es nicht hören. Also ich kriege es erst mit wenn auf mich geschossen wird. Wie geil ist das? Also Selfcheck Automaten. Hey 40. Ich dachte da ist eins dran. Das sah so aus. Das ist ein Nachteil wenn man Gear spielt von anderen Leuten. Weißt du. Du weißt nie was dich erwartet. Hey. Weißt du. Weißt du. Weißt du. Der Scheff hat keines. Ist überhaupt Wechsel Munition dabei? Ja. Ne das bitte. Er spawnt erst später. Das ist noch nicht auf der Map. Das sagt jetzt so ein kleines bisschen. Aber. Wenn der Boss da ist. Könnte sein. Könnte. Dass die Spieler alle da hingehen. Offene Straße. Geil. Oh Gott. Das ist Graben leise ohne Herzzritt. Derbe unangenehm. Meldonin. Hä? Hier ist irgendwas, aber auch nicht Boah, das ist so derbe, unangenehm Läuft's Ich hab mein Headset vergessen Also mach Zero to Hero As Kev gemacht Wie machst du denn Zero to Hero As Kev? Has Kev ohne Loot gespawnt? Keine Ahnung Warst du wahrscheinlich einfach ein unartiger Kev? Damn, SL6 ist geil Nieauw See you later, bitches Man ist das unangenehm Milchkeks dabei, da war das Problem Ist das so ein evil Scav oder was? Aber vielleicht schaffen wir jetzt die andere Mission, da müssen wir einfach alle drei Sachen ablaufen Sofern wir das überleben Ach stimmt, ich wollte noch Sub-Goal Warte Sub-Goal-James-Bond Und Wollten ein Sub-Goal machen Und weil es erreicht ist, synchronisiere ich James Bond auf Schweizerdeutsch Also so eine Szene Hm Geil Ah ne, jetzt hat es in seinen Rucksack gemacht Du sollst es doch in meinen machen Aber seltsam Also die sind tot hier Aber es wurde nur das Dog-Tag mitgenommen Das ist weird Das ist richtig weird Wie kann man den Loop-Job vom Flugzeug leiser machen? Gar nicht Das Game leiser machen Also wenn es so schlimm ist, wenn das Flugzeug kommt, dann hast du das Game definitiv zu laut Weil ihr solltet das Game nicht zu laut machen, Leute Ihr fickt damit euer Gehör Die Schüsse und Tarkov und so und die Granaten sind scheiße laut, wenn ihr das Game voll aufdreht Dann hört ihr dann mit 30 wie ein Rentner Boah, Streben genommen glaube ich schon, Hose Ich glaube, das ist 80 Dezibel Ja, wie willst du das messen? Wie willst du denn wissen, ob das jetzt 80 Dezibel war? Das ist so ein Messgerät ins Headset halt Was hast du gesagt? Tarechi, ich habe gesagt Scheiße, ich habe vergessen Was wollte ich sagen, Leute? Das wollte ich sagen Dankeschön Also, dann gehen wir zum Acropat Aus Elevator Excavator Exit Das wäre voll geil Jetzt haben wir alle drei Na? Genau, jetzt haben wir alle drei Jetzt müssen wir nur noch überleben War es ein bisschen Na ja Das ist ein großes If aber Drei Warum geht die drei nicht? Das stimmt Der OBS Zugang funktioniert immer noch nicht Bleh Muss ich auch noch machen Ey, Rapdown Eigentlich müsste hier Gucci sein Hier dürfte kein Spieler mehr sein Wer ist so spät hier noch am Chillen? Das wäre irgendwie weird Ich hoffe einfach aufs Beste Ja, okay Dann hat er nicht Ja Aber ein schüchternes Nelper Es gab Oh, das ist BTR Das ist BTR So Nice Haben wir diese Kack-Mission geschafft Geiles Ding Nein Der durchschnittliche Shoreline-Connoisseur verschmiert auf Streets Etwas kämpft nicht Auch auf Streets Durchaus Man Aber ey Hab nur ich den Eindruck Leute Sind die Raids heute ein bisschen leer Oder kommt euch das auch so vor? Aber wie ist heute nicht so viel los? Montag viele Arbeiten wieder Hm Don't know Die Schef-Raits waren fast die wildesten ich fühle mich Ich mache so viele blöde Käufe, weißt du, mein Stashgeld fühlt sich trotzdem immer weiter, immer mehr. So, Pets weren't needed, haben wir abgeschlossen. Punisher müssten wir nächstes Mal noch weitermachen. Ah, Glory to CPSU, vielleicht machen wir das mal. Ah, die ganze Golcher in Stashen, ProCast Part 3, Locate the Surveillance Spot, was ist denn der Surveillance Spot? Was ist denn das? Ich habe das Gefühl, mit jeder Mission, die ich abschließe, kriege ich 10 mehr. Ey, schon krass, 33.000 Leute gebannt und Sandskill, eigentlich für 2 Monate. Danke für den Support, mein Lieber, Dankeschön. Juan, ich wünsche dir, good night. BroCast Part 3. Ah, das ist das, okay. Hast du Kappa noch, bis du wieder gewiped wird? Ich versuche gar nicht erst Kappa zu machen, also nein. Bim, 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 bim. Surveillance, they're watching you. EFT watching you. Kann man 4 Raids auf Level 4 kommen. Kann man jetzt sogar viel weiter kommen. ja ja das ist möglich ah das ist hier oben wo hast du aber Raum 215 ok immer feste drauf oh ja OurWatch Referenzen sind immer gut immer gut diese Kappers langweilig Hardcore also weißt du ich würde die Mission geben dir was zu tun in Taco vor allem jetzt wo halt ein bisschen Late Vibe langsam schon ansteht ne der Vibe ist jetzt bald 4 Monate her so ab dann brauche ich einfach brauche ich Missionen um was zu tun zu haben sonst wird mir langweilig wieder mal so ein Randomizer da stehe ich leider gar nicht drauf wenn ich dann irgendwann wirklich nicht mehr weiß was ich mache dann maybe aber so von jetzt aus so weißt du das ist nicht so mein Ding weißt du dass du Overwatch Referenzen kennst hm ich kenne sogar viele keine Sorge Freunde ich bin euer Schild oh stell dir mal vor du wärst jetzt Level 60 hat nichts mehr zu tun 50 Millionen Stash ja das wäre der Zeitpunkt wo ich Taki beiseite legen würde und was anderes zocken bis zum nächsten Vibe was Vibe nicht mal 3 Monate her Vibe war doch Dezember das sind bald 4 Monate oder nicht doch Vibe war 21.12 in 3 Tagen sind das 4 Monate oder ne 21.01 Februar ok 3 Monate erst 3 erst boah das ist schon krass das geht immer schneller das geht einfach immer schneller bis du nichts mehr zu tun hast in dem Spiel das ist ja das Ding man PSG hat das so verkackt ne mit ihrem blöden Arena jetzt müssen sie langsam Events machen im Game eben ja genau jetzt müssen sie langsam Events reinbringen aber werden sie nicht machen die dürften lieber in Arena rum habt ihr das gesehen gestern warte mal wir können auch heute gucken ich habe auf Twitter was gepostet wo ich geschaut habe wegen der Kategorie Arena hat das keine einzige Person gestreamt also wirklich es gab keinen Streamer der Tag of Arena gespielt hat du konntest das Game auf Steam äh auf Twitch nicht gucken ja auch jetzt Alter ist es Primetime ne jetzt gerade ist absolute Primetime 21 Uhr und 3 Leute streamen Tag of Arena dieses Game ist so derbe tot dieses Game ist so derbe dead jeesh eigentlich richtig schade man eigentlich richtig schade ich glaube wir hatten alle Bock auf was so ein bisschen ähm casual mäßiges im Tag of ich glaube da hatten wir alle Bock und sind alle enttäuscht hätte ja klappen können ich will mit nem Yotoa über er hat er er hat nicht der wie hieß der nochmal der scheiße hilf mir schnell der der Tarkin Tarkin er hat auch ein Video gemacht wie er irgendwie mit dem Auto über Customs fährt ganz so nix für Fabian das war ein Lucky Timing danke für vier Monate mein Lieber dankeschön warte mal warte mal warte mal get good losers warte 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 2AKD alles klar take it on a twice bitch Fabian weg nee nee konnte ja nicht wissen nie darf ich einen weg man oder so was bist denn jetzt so goh geil ne fette HK hört hört ding 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 kann ich die überhaupt tragen wie schwer ist die? 13 Kilo, 10. Boah. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich meine Prediction, okay. Aber ja, die Vibes werden immer kürzer, das ist irgendwie so. Vorhersage läuft. Ich muss auch ehrlich sagen, das könnte so ein Vibe werden, wo ich nicht bis zu Ende Taki spiele. Weil ich glaube, irgendwer weiß, darf ich nicht mehr was machen. Aktuell haben wir noch geile Challenges, die Hardcore Reihe macht richtig Bock. Das am Freitag war richtig nice. Also Zero to Hero bei allen Maps, die Challenge werde ich weitermachen. Auf die habe ich richtig Bock. Aber ich weiß nicht, was mache ich denn so eine Monat, Leute? Was mache ich dann? Bin auch gut Zuschauer. Weiß gar nicht, ich habe es halt aus. Aber eben, es ist halt, ich denke auch, weißt du, Zuschauer wollen ja was sehen. Also für die ist es halt geil, solange du was zu tun hast. Aber wenn der Part kommt, wo du nächstes Mal zu tun hast, dann, I don't know. Weiß ich, ob die dann ist es zu feiern. Zuschauer wollen nix sehen, Hauptsache Tarkov. Er auch nicht mehr so bei mir. Bei mir nicht mehr so krass. Kann ich jetzt mittlerweile auch viel anderes machen. Na dann, nochmal Streets. Farm Manager. Was möchte ich sagen, finde ich richtig geil, by the way. Ich bin richtig froh, dass ich das ein bisschen machen kann. Ich meine, bei Rainbow waren richtig viele Leute dabei. Bei CS waren richtig viele Leute dabei. Ich finde das richtig cool, Leute. Ich finde das richtig cool, dass wir mittlerweile in der Lage sind, halt auch andere Games zu spielen. Da sind halt einfach viele Leute dabei. Contra Band Simulator, den habe ich auf dem Schirm, ja. Hä, warte, was? Das ist doch nur Solo. Farm Manager, Contra Band, Police ist im Angebot. Hä, was? Alle zusammen, oder? Wie funktioniert das? Hä? Ja, Sir Tiro macht immer Spaß, ja. Äh, ich meine, Contra Band gibt's kein Koop, weil ich hatte mit Schimmel vorher das anzugucken, aber... Schwierig, weil wir wissen nicht, also... Es hieß Solo. Kann mich irren, aber es hieß Solo. Ja, eben. Schade. Ich hätte auch Bock gehabt. Das wäre so ein Game, das wäre super im Koop. Können wir mir kurz was trinken holen, falscher Knopf, Idiot. Untertitelung des ZDF, 2020 Aber ich habe es auf dem Schirm, den Contraband Simulator, allgemein so ein bisschen. Folgende Vision hätte ich, ich würde es gerne schaffen, einmal die Woche ein Comp Game zu spielen, aktuell ist Velo bei mir, ein so, nicht Trash Game, aber halt so Simulator, oder ich weiß nicht, was der Oberbegriff wäre, um das zusammenzufassen, weißt du, Forest, Contraband Simulator, Kebab Simulator, Stranded Deep am Donnerstag, aber diese Survival Simulator, wo man, aber halt nicht auf eine, halt auf unsere Art, ne, wir nehmen das nicht super ernst. Geht darum Spaß zu haben. Das würde ich gerne einmal die Woche schaffen. Und halt Rainbow. Ich würde gerne Rainbow irgendwie ein bisschen wieder reinkommen. Rainbow bockt richtig aktuell. Und auch von der Umfrage, die ich gemacht habe auf YouTube. Haben alle gesagt Rainbow, also extrem viele. Ich glaube, wir haben 400 Leute geantwortet und wir 200 davon meinten, sie hatten Bock auf Rainbow. Also, ich würde da gerne reinschauen. Warte mal, was kann ich von dem Spawn hier machen? Nichts, ne. Ne, nicht eine meiner Missionen ist hier, glaube ich. Ne, die sind alle auf der anderen Seite. RIP. Jep. Scheiße. Ja, natürlich jetzt bitte. Dann laufen wir ganz außen rum, glaube ich. Ah doch, das Broadcast Haus. Das kann ich hier machen. Ja, immerhin eine Mission, ne. Ah, ein bisschen unangenehm hier ran und lang zu laufen. Naja. Was soll schon passieren? Ah, bin ich irgendwie falsch abgebogen? Ah, hier ist es. eine зак Studios. Nein. Das erklärt so. Da ist isthreifer. Es ist so ein Stück. das war broadcast ok gut dann wenigstens eine mission die wir hier machen können er ist nicht ganz so für den arsch dass wir hier gespawnt sind aber trotzdem vor alles andere müssen wir rüber rüber und lukas danke für den feller schlafen alex ich wünsche dir good night träumen von lemmy wings lemmy wings auch lemmy wings da ist gerade einer rüber geholt krass dass ich absolut nichts gehört habe und lukas danke für den primer dankeschön man du bist schon wieder da schlafen 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 Oh, okay. Ey, so eine HK klingt dann auch einfach richtig Porn, ne? Ey, diese Gun klingt so geil. Wie biefen die sich? Ich möchte auch Beef. Beef. Sie wollen Beef. Mein Telefon am Ring. Seht ihr das? Sieht aus wie eine Waffe und das ist der Kopf. Oh, ich dachte ich kriege einen Free Kill. Wo war denn das gerade? Wie findest du in Abteilung 6? Ich muss ja wirklich nochmal in Spire. Boah, die Kanne ist einfach gut. Die Kanne ist einfach gut. Da kannst du sagen, was du willst. Die Kanne ist einfach, ob er tot ist, der ist definitiv dead. Er macht 5-5-A-1 ins Gesicht. Der ist tot. 100% dead. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ne neue Wurzlein. Ich kann auch mal ein Bild von der Waffe zeigen. Dann musst du die jetzt screenshotten, weil wenn ich nach top bin, ist es vorbei. Das ist nicht meine Gun. Ich dachte, das ist ein Spieler. Der hat den Move mit drauf wie ein Spieler. Ey, crazy. Ich hab's heute immer besser. Alter, warum teilen wir das durch Strähler? Okay. Bam. Let me wings, let me wings. What? Wann hab ich euch denn bestellt? Aber ich weiß nicht. Also wenn so viele Scaps hier rumgammeln. Ah, da ist noch einer gestorben. Wird sein Maid sein. Mann, das ist der. Mann, ich will das looten. War das einer von euch? Ja, ich dachte es mir. Im Haus sind Streifschuss. Ich hab aber die Anzeige kommt vor spät, dass ich sehe, ob es einer von euch war. So. Die wollte ich haben. Ey, ich find's geil gerade. Genauso an den Raids mag ich. AK-12. Ich weiß nicht, was ich von der Waffe halten soll. Irgendwie. Auf der einen Seite geil. Oh mein Gott. Ne, ich hab's ausgerüstet. Der Doth ist ja ewig. Auf der einen Seite richtig geil, aber ich weiß noch nicht so recht. Ich fahr rein. Und wie viele Scaps kommen hier noch. Das ist ja richtig geil. Darf ich das immer haben? Und Nickerchen. Gern immer so. Ich weiß nicht. 5-4-5. Ich find die nicht so schlecht, den Vibe. Du findest BP im Überfluss. Und BP ist gut. Die Waffe ist richtig crazy. Ich weiß gar nicht, was die kostet. Ich weiß nicht, ob ich's wissen will. Also zufällig noch ein Guide für Streets. Ich denke nicht. Nein. Find ich schwierig. Die Map ist so ne Größe. Boah. Ich weiß nicht, wie ich das in nen Guide packen soll. Ich würde empfehlen, dass du einfach drauf Scaps und dann nach und nach lernst. So hab ich's gemacht. Na gut, Treffercode ist ein anderes Thema. Ja, das kann sein. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. Warum gibt's eigentlich keine Dumb ways to die für Tarkov? Bietet's euch doch richtig an, nicht? What the fuck? What is this shit? Man. Mein Kopf ist zu groß. Ich hab Wasser Kopf. Auf. Dumb ways to die. So many dumb ways to die. So. Meint ihr hier oben ist einer. Ich glaube nicht. Für oben kann man normalerweise geil snipen. Also. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Bei meinem Haus hier drinnen kannst du richtig geil snipen. Das ist, das ist schon ein bisschen, das ist schon fast ein bisschen cringe wie gut das geht. Guck mal. Ha ha ha. Das ist so evil und die ganzen Fenster noch. Die Fenster hier, die sind so asozial. Ja guck. Der Spieler. Leider gerade verpasst. Schade. Dass ich beide drücken kann. So. Aber das war Audi viel. Ne? Da muss ich ja nur hier rein. Da muss ich nicht das Plug finden. Oder? Aber was sind die Mission? Ah doch. Äh. So. Wo ist das wohl? Ah wo sind nochmal die Spawns? Shit. Shit. Ey ohne Witz. Wer bei mir jetzt die Idee hatte, dass es eine geile Idee wäre, kleine Missionsitems. Irgendwie 30 Spawns zu geben. I don't know. So. So. Im Buch. Da ist es sogar schon. Hallo. Wo zum Kaya ist es denn? Wieso kann ich es denn nicht nehmen? Ich seh es doch hier. Soll ich verarschen? Hauptsache unnötig schwierig. Also ein bisschen Hilfe auf Streets? Nö danke. Ich bin Gucci. So. Was brauchen wir noch? Surveillance können wir noch machen. Was war Watching? Wo nochmal? Ah scheiße. Das wäre drüben gewesen. Dammit. Und das und das können wir machen. Easy. Artcore. Was Crimson? Wie anstrengend. Oh. Oh. Ja ist halt echt so. Ich hab grad die Nägel frisch gemacht und da muss ich sowas machen. Glory to CPSU können wir auch machen wenn wir hier sind. Alter. Dann hätten wir richtig viele Quests. Vorausgesetzt wir verrecken dich. Was auf der Map irgendwie öfter passiert als auf anderen. Browse Line. Ja Browse Line. Krass wie einfach keine Sau mehr im Browse Line haben will ne. Viel zu schwer für das Geld was du kriegst. An Kebab Simulator habe ich schon gespielt. Haben wir schon durchgespielt. Ein Video dir erst auf Youtube. Wulf K. Danke für 20 Monate. Schönes Rudern. Exzellente Form. Schön aus den Unterarmen arbeiten. Mit ein bisschen Hüfte. Alter. Wulf K. Weiß wie es geht. Nehmt euch ein Beispiel an dem Mann. Sp7. Schon ein bisschen nicht so geil. Im Ruder machst du nichts aus der Hüfte. Der Wulf K. Schon. Er kann das. Der macht sich. Yes. Die ist ziemlich broken den Wipe. Yup. Die ist unglaublich gut die Waffe. Krass wie viele MP7 wo niemand findet. Den Wipe. So gefühlt überall ist irgendwie ein bisschen was für die MP7. Ah. Das ist ein bisschen hoch raus. Ich möchte da nicht runterspringen. Hm. Okay. Wofür kann man denn hier hinten reinbinden? Braucht man vielleicht ein Key? Ah. Ich spring gleich einfach runter. Ich möchte echt nicht den gleichen Weg nochmal zurücklaufen. Ah. Das war ja chillig. Ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Okay. Da ist noch was auf der Baustelle. Ungeil. Mhm. Mhm. Ja. Oder höre ich wieder Dinge die nicht da sind. Glauben wir nicht. Okay. Ich denke wir machen die Raids äh machen die Missions nicht fertig. Hed Throat. Ach. Ich liebe die neuen Hitboxen. TKM. Eieiei. Aramose zu sterben. Wie viele Punkte hast du verloren? Es ist Drehlocker auch. Ja. Oh. Geil. Oh mein ganzer PC hängt schon wieder. Bläh. Vorhersage läuft. Naja, kannst du abbrechen. Rosa. Können wir noch das Video hier anschauen. Remarkable 2 is a paper tablet that feels like you're writing on paper. It's been well over a year since the video. What happened? But first, a word from our- Begin, Griffvert. Epstein's Island Adventures. Under new management. Stay a while. Get away. Are endless. End, Griffvert. Over the last year, what I've learned is this. The problem is solvable. And BSG has made some headway, but it won't be solved. Some of the changes BSG needs to make requires them to basically remake the game. Games like Valorant and CSGO were created with superior anti-cheat in mind from day one. And they still have to throw an exorbitant amount of money at the problem and hire the best experts in the entire world. I don't know. CSGO? Also, now CS2? The game that is just overused by Cheat? Is this game? Superior anti-cheat. Yeah. I thought it was too. I don't know. I skipped that part. I don't know. CS is a great anti-cheat. Yeah. Okay. Good. Like Phil Koskines, who I chatted with many months ago. He was at Riot's Vanguard from day one and recently was poached by Amazon Game Studios to run their cheat development. All to be hired right back at Riot's Vanguard again. My favorite part of the interview with him was when he explained why he can't play FPS games anymore. Like I used to cheat and I can't play first person shooters without cheating. I can't because I can't aim. I never learned to do it. But on a serious note, talking to Phil, I did learn this. Anti-cheat is not just about throwing money at the problem. It's a limited, finite resource akin to hiring specialized brain surgeons. It can take decades to develop. I was hoping that the arena game mode would contain some of the changes to the netcode, which is necessary, but it doesn't. And it's been well over a year since the wiggle video. So you can say I'm pretty saddened. There is no alternative to Tarkov yet. I've pretty much stopped gaming altogether. I haven't streamed the game or made content on Tarkov in over a year. So how is the situation now? This graph shows the relative popularity of the search term Tarkov cheats. And that's actually a good idea, I can say. I use, I use something like that, when I use something like that. Zu gucken, wie der Trend in Tarkov aktuell ist, weißt du? So, wie das Interesse und alles ist im Game. Dafür sind Google Trends richtig gut, weil das berücksichtigt in die Suchvolumen, YouTube, Google und so weiter. Und das ist eigentlich eine gute Idee, wenn du da nämlich Tarkov Cheats eingibst, kannst du gucken, wie viel das gesucht wird. Aber du siehst im Verhältnis, ja gut, aber es ist halt ne Tarkov Cheats, man kann es halt leider nicht übereinander legen. Aber wir sehen hier ziemlich klar, wenn Vibe ist, wird viel gesucht danach. Und sonst ist es halt auch flach. Also es deckt sich glaube ich ziemlich. Es deckt sich glaube ich ziemlich mit den Vibe Cycles. Also gute Idee. Aber er sagt, er hat ein Jahr kein Content gemacht. Er schätzt. Aha, ja gut. Macht anderen Content. Aber schon lustig, ne? Wenn du guckst, irgendwie so ein paar wenige Videos. Du musst mal überlegen, der hat fünf Videos gemacht, bis er einen Schlager hatte mit dreieinhalb Millionen aufrufen. Das ist schon, das ist schon crazy. Das ist schon, boah ey. Was war das Ding? Die richtige Idee für ein Video zum richtigen Zeitpunkt? Das kann richtig einschlagen. Ja, diese Insel war weird, ja. Ich weiß nicht, was das war. Keine Ahnung. All of these Peaks correlate mit einem Wipe. Und das große Peaks hier war gerade nach dem 12-12 Wipe in der letzten Jahre, 2023. Aber diese Explosion von Cheatung war die Sorge von meiner Frustration. Und das ist die Grund, warum ich das Video in der ersten Stelle gemacht habe. Okay, aber was ist das zweite Notch nach dem 12-12 Wipe? Ich kann nur spekulieren, aber das geschah nach dem Release des Wiggle-Videos. Viele dieser Suche könnten nur Leute, die zu sehen, was da drin war, oder Leute, die mich zu fact-checken. Diese Graphen ist eine Trend für Suchtraffik. Es ist nicht unbedingt mit aktiven Cheaters. Ich wollte gerade sagen, aber diese Graphen zeigen nur den Search-Turb, also wie oft wurde das gesucht. Und zum Beispiel, ich meine, jetzt bei mir, von der Größe her ist es nicht so relevant, aber wenn, nehmen wir, wie heißt er nochmal, der Scaff, heißt er auf YouTube irgendwas mit Scaff? Irgendwas mit Scaff. So, dass es in Veloc keine Cheater gibt. Nö, gibt's nicht. Veloc hat keine Cheater. Ja, hier und da mal einen, aber der ist sofort weg. Cheeky. Cheeky Scaff, genau. Cheeky Scaff, meine ich. Der macht ja viele so Cheater-Exposed-Videos, ne? Und dann treibt er halt das auch in die Höhe. Also, das ist nicht 100%, dass alle Leute suchen Cheats. Es kann auch sein, Recherche, die suchen halt Videos im Zusammenhang damit, ne? Very bad Scaff. Ah, very bad Scaff, meine ich. Sorry, sorry, sorry. My bad. Very bad Scaff, genau. Der macht ja viele solche Videos. Die sind super, by the way. Die sind richtig gut. Aber das, eben, ich denke, sowas treibt es halt auch hoch. Also, I don't know. I think a lot of these people wanted to see if it was as simple as going to Google, typing EFT Cheats, clicking the first link, and pulling out your credit card. Or maybe they bought cheats. I don't know. I have a hard time believing that knowledge of the existence of cheating is all that is keeping most people from cheating. But as we march forward in time, people searching for Tarkov cheats remains pretty consistent about the same relative popularity wipe after wipe as it was before the video. With one interesting exception, we have never had as many searches for EFT Cheats at the beginning of a wipe as we did before the wiggle video. Why do these BSG shells, like Airwing Marine, continue to blame me for the cheating problem? Why are they so focused on me and not the game developer or the anti-cheat or even the cheat developers? Why are they so quick to point a finger at me, yet never dare criticize the hand that feeds them? And cheers. Also ich denke, ehrlich dachte ich, das geht mir ein bisschen um Info. Ich hoffe, es geht jetzt nicht in Richtung Drama. Um kurz aufzuklären, er wird irgendwie angegriffen von anderen Content-Creatern im Tarkov-Bereich. Die sagen halt im Grunde, sein Video, ich will halt nicht, ich weiß nicht genau, was zu sagen. Aber sie sind nicht besonders happy mit ihm. Und also zur einen Seite, ja, er hat es ein bisschen promotet, weil er gezeigt hat, was man damit machen kann. Und auch das Ganze ein bisschen humorvoll dargestellt in seinem Wiggle-Video. Aber auf der anderen Seite, durch sein Video wurden die Leute gezwungen, also PSG wurde gezwungen zu reagieren. Und die Zahlen offen zu legen und halt Bahnwellen und so offen zu legen. Also, ja, kann man so oder so sehen. Ich denke, ich an seiner Stelle hätte halt einfach gesagt, logisch habe ich das Video irgendwo durch auch für die Klicks und die Reichweite gemacht. Weil, ne? Ich denke, dann wären alle happy. Oder keiner, vielleicht ist es, ich weiß nicht. Also ich persönlich hätte einfach das noch gesagt. Logisch habe ich das Video gemacht, weil es gut Klicks geben würde. Aber halt auch, um zu zeigen, wie problematisch es ist. Also. Und zu der Frage eben, was vorhin kam, warum nehmen sie nicht einfach das Anti-Cheat von Valorant, weil das Beste auf dem Markt ist aktuell. Das geht nicht. Du kannst nicht einfach ein Game nehmen und es auf ein Anti-Cheat draufklatschen. Das muss harmonieren. Valorant wurde zusammen entwickelt mit diesem Anti-Cheat. Das Anti-Cheat ist auch nicht ohne Probleme. Das Valorant Anti-Cheat arbeitet auf Kernel-Ebene oder sogar davor oder was. Also das hat krasse Rechte. Aktuell vertraut man dem Ding. Aber wer weiß in der Zukunft. Aber ich denke, also man muss sich nicht Sorgen machen, das macht nichts. Aber wenn halt irgendwie Riot verkauft werden sollte, was ich auch nicht glaube, dann müsste man halt dann nochmal überlegen, ob man das installiert haben will. Aber ich denke, es ist die Zukunft. Also es ist das einzige Anti-Cheat, das aktuell funktioniert. Das Anti-Cheat von Valorant. Also von Riot. Und ich denke, andere Anti-Cheats werden auch im Kernel einfach, ähm, werden auch auf der Ebene sein in der Zukunft. Also, was wirst du sonst machen? Weil wir sehen es. Alle anderen Anti-Cheats, es funktioniert nicht. Also, Das war eigentlich voll clever, oder? Du entwickelst die eigenen Cheats und verkaufst sie, bahnst dann die Leute dafür. Das hat, by the way, ich bin mir sicher, Metin 2, oder Witz? Wer kennt das noch? Metin 2, ist ewig lange her und ich glaube bis heute, dass die selber die Cheats verkauft haben, weil das Game war spielbar, aber an gewissem Punkt kam irgend so ein Cheat, der war insane, du konntest einfach deinen PC laufen lassen und der hat gefarmt für dich Bots, es waren überall Bots, du konntest das Game nicht mehr spielen, weil überall haben Bots gefarmt, das war insane, komplett gestorben das Spiel an dem Punkt, außer halt die Leute, die für die Cheats bezahlt haben und ich glaube irgendwie, Metin 2 hat diese Cheats selber verkauft. irgendwie habe ich das Gefühl, die haben gesehen, okay, wir kriegen Konkurrenz und dann, bipp, nochmal fett cashen. Ich kann es nicht belegen, aber ich hatte so den Eindruck damals. Hannecke was. ...and expect anyone to come clean or snitch for 10k. However, it was sort of weird that I didn't get a single email or message that attempted to provide any credible information that all. It doesn't mean that someone at Battlestate isn't leaking vulnerabilities to a Cheat dev And it was worth a shot to try to gather some intel. But I think it's more reasonable to assume that BSG is unable to win the war against cheaters because of incompetence. I looked for solutions. I even spent a few months looking into the AI anti-cheat scene. I reached out to several companies that claimed to have solutions. I looked at Valve, probably the biggest hitter in this space. And recently they had an enormous false ban wave, the largest in gaming history, which I covered months ago. And in my humble opinion, it was because of their AI. Nothing is coming to save us anytime soon. More than a year ago, I believe the narrative around cheating in Tarkov was wrong. There were more cheaters than most people believed. And I think I shed some much needed light on the situation. But continuing to make content, pointing out the same thing over and over is not only boring, but not effective. I ran out of useful ways to move the conversation forward. What will I do now? Will I do another Wiggle-type video for other games? No. Mainly because the amount of cheating in other games is pretty well established and it's not all that disputed. We still have people in the Tarkov community who think I made up everything and are calling me a grifter. It's incredible. Also, awesome. Er hat so getestet, er hat sich halt ein Bitcoin in die Pockets oder zwei Bitcoins hat er sich in die Pockets gemacht und ist irgendwo auf die Map gegangen an einen Ort, wo niemand suchen geht. Und dann hat er halt geguckt, wie oft wird er gefunden. Und dann ist er ohne Bitcoin rein, ohne Gear, komplett nackig und hat nochmal geguckt, wie oft wird er gefunden. Und das war crazy. Zum Beispiel Labs, ich bin mir nicht mal sicher, aber ich meine, Labs wurde er irgendwie, jeden dritten Raid wurde er einfach richtig offensichtlich gekillt mit einem Bitcoin. Also wirklich, die kamen in die Toilette rein, schmeißen einen Nate in die Toilette, wo er drin ist. Obvious. Also, das gab es schon vorher. Aber, ja genau, das ist halt ein bisschen das Problem auch. Er hat es halt mit Cheats gemacht und daher kommt die Kontroverse. Er hat nicht gezeigt, in dem Sinne, er hat nicht nur gezeigt, wie schlimm ist Cheaten, sondern eben auch, wie man cheatet und wie es aussieht. Und eben so ein bisschen humorvoll. Ich denke, von da kommt, kommt das alles. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wegen ihm mehr Cheats, dass mehr Leute cheaten wegen ihm. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Wir haben sie hier. Hier war sein Video. Und jetzt in dem Vibe, das ist immer so Sommervibe, die sind ein bisschen, ja das ist aber weniger. Man sieht hier, das ist die übliche Zahl wie hier auch. 46, 46, hier 63, das ist ähnlich wie hier. Und das, obwohl der Vibe größer war. Also, ich glaube nicht, dass wegen seinem Video mehr Leute cheaten. Glaube ich nicht. Oder meint ihr wirklich das Cheaten mehr? Oder kein Einfluss? Weil ich glaube nicht. Aber das sind nicht Nummern, Nico, das sind nicht, ähm, das sind nicht, ähm, das sind Prozent im Grunde. Oder Intensities, nicht Prozente, Intensities. Aber du musst halt überlegen, Tarkov Cheats ist natürlich ein englischer Suchbegriff. Deswegen, ne. Sonst würde Asien ein bisschen anders aussehen. Ja, das bestimmt auch, ja. Das hat Tarkov eben. Ein Tod fühlt sich halt oftmals unfair an, aber trotzdem. Es ist einfach, man cheatet nicht. Wenn du damit nicht umgehen kannst, quitte das Game und mach was anderes, was dir Spaß macht. Alter, zu cheaten ist einfach, das ist so erbärmlich. Weil du gestehst dir im Grunde ein, dass du es nicht geschissen kriegst. Aber statt es dann einfach sein zu lassen und was Produktives mit deiner Zeit zu machen, was dir sonst Spaß macht, ruinierst du es für alle anderen auch noch. Und für dich selber auch, ne. Das sagen alle Cheater. Alle Leute, die mal gecheatet haben, die hören nach kurzer Zeit auf mit Zocken, weil du machst dir die Games kaputt. Du nimmst sämtliche Magie raus aus dem Game. Nichts überrascht dich mehr. Nichts macht dir Freude. High Loot ist irrelevant. Alle Leute, die cheaten, quitten das Game kurz danach. Hallo. Außer als Streamer, außer so Streamer, die sich drauf aufgehören. Ich habe nicht 10.000 Stunden, um Valorant oder CSGO zu spielen. Ich habe nicht die Gamesense und die Erfahrung, um das Thema zu erinnern. Und mehr wichtig, ich bin nicht so viel über die anderen Game. Ich bin wirklich... Na Jonas, warum ziehst du Messages zurück? Was ist passiert? Also, wie Escape from Tarkov, ich hatte eine persönliche Interesse in effecting Change mit Tarkov. Und making videos like this comes at a cost. Having been the focus of quite a few hate campaigns, I made myself numerous enemies. And I'm just one guy making videos. I don't have a legal team or a Patreon or anyone helping me out. Many of you have asked if I will do a follow-up to the Wiggle and load in an ESP and show how bad the cheating is. And I'm not going to do that because we all know now that most cheaters aren't rage hacking or aimbotting. And there are more of them than most people thought. Besides, BSG recently announced 33,000 accounts were banned within a two-month period. And that's just the cheaters they've caught. Anyone telling you that cheating isn't a major problem with the game is lying to you. BSG is doing a smart move here. Nobody needs to make a Wiggle video anymore because they are freely admitting to how big the cheating problem is. They aren't hiding it. And more recently, Tarkov added microtransactions. So now you have the ability to... Ah, I don't know. Irgendwie, er macht so einen Balanceakt zwischen Empathie und ein bisschen Arroganz, oder? Oder kommt das nur mir so rüber? Ey, ey, klitt, mo moin. Weil irgendwie, ich hate campaigns, weißt du so, ignorier's doch einfach. Ich krieg auch jeden Tag Hate-Kommentare, Alter, es ist halt einfach Online-Welt, so. Es ist halt immer so. Oder bin ich jetzt zu hart zu ihm? Ey, was ist gut, danke für die Bittis. ...to buy different cosmetic outfits, and you can now purchase Stash Space as well. BattleCay has continual server and development costs with no monthly income from their active player base. So this would give them the ability to make the changes they need, hire more help for anti-cheat and other things, as well as just finish the damn game, and give people what they want. And even better, it focuses on retaining loyal customers over a long period of time, rather than selling new accounts. They could do many things. Imagine how much fun it would be to have voice line packs if they partnered with, say, like Landmark, Lupo, or Pesteli. Like, why don't they have a Mosin man skin? Or skins for armor and guns that don't give any competitive advantage. Imagine a Dr. Disrespect headset, complete with his shades and a wig. Personally, I would go as far to support a, like, Premiere membership or something for 10, 15 bucks a month, where the matches are audited more frequently, and... I'm all full by him. Tarkov with more Battle Passes or so was, weißt du ja? So ein Battle Pass, in-game cosmetic Sachen, Voice Lines, Armbänder, die du für Geld kaufen kannst oder so, um das Game zu supporten langzeit. Weil sie brauchen, sie brauchen monatliches Einkommen. Weil, das funktioniert nicht, Alter, das Game ist seit 8 Jahren in Entwicklung und alle, die es gekauft haben, haben es langsam, weißt du? Oder alle, die spielen wollten, haben es langsam, so rum. Tarkov mit Battle Passes ist sofort tot, so ein Quatsch. Ich glaube, das würde super laufen. So ein Battle Pass in Tarkov, wo du dir Cosmetics holen kannst, so irgendwelche schicken Armbänder, mit irgendeiner Farbe und einem Logo drauf und so und so und so was, was alles ins Ding reinpasst. Nur keine Carmo Outfit, keine Vorteile, nur Cosmetics, die, die halt gefallen. Ich denke, das wäre, das würde super abgehen. Aber das Ding ist, aktuell ist ein bisschen das Problem, das gefühlt, oder... Ich habe das Gefühl, dass... Das Geld, was sie aktuell erwirtschaften, mit diesen... Mit diesen... Microtransactions, fließt nicht ins Base Game. Es fließt in Arena, das ist so mein Eindruck, weißt du? Und das stört mich ein bisschen. Ich habe so das Gefühl, die ganzen Sachen, die sie jetzt einnehmen, fließt einfach wieder in Arena. Weil wir kriegen keine Patches, nichts im Base Game gerade. Seit drei Monaten ist einfach tote Hose, totale Stille. Aber Arena kriegt wöchentlich irgendwelche Patches und Anpassungen, was halt einfach niemanden interessiert. Das stört mich ein bisschen. Wenn ich Geld ins Base Game investiere, will ich auch, dass das Base Game weiterentwickelt wird. Sonst würde ich Geld... Sonst würde ich Geld in Arena reinstecken. Das stört mich. Ein pinke Einhautskin für die M4. Der Uwo-Sounds macht, wenn du schießt, ja. Ja, und Kommunikation, ja. Das ist furchtbar aktuell bei BSG, das ist furchtbar. Wir kriegen nichts mit, gar nichts. Also die kommunizieren null aktuell. Und das, obwohl sie jedes Jahr wieder sagen, ja, ja, nächstes Jahr, ne. Geben wir immer wieder Bescheid, was wir machen und kommunizieren und Updates und Patchnotes. Und das ist... Das hat irgendwie zwei Wochen gehalten, jetzt sind wir wieder da, wirst sie nichts sagen. Die Lobbys sind immer oder komplett filled mit anderen Spielern mit memberships. Aber, was jetzt? Ich glaube, mein Frage für Sie alle ist, was Sie wollen von jemanden wie ich? Ich habe nicht gemacht, wie ich über ein Jahr gemacht habe. Und ich bin ein grifter. Ist das Channel dead? Vielleicht. 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 Du willst mich relentlessly point out all the mistakes BSG is making? Should I keep hammering the same points home until the game dies? I had reached out to Nikita and BSG for comment. I would have loved to chat with them about all this. I know they won't take me up on this for obvious reasons. But I think I've been pretty damn fair. And I've kind of explored every avenue possible. And I'm just at the end of my rope. I really don't know what to do. What do you all think? Ich muss ehrlich sagen, ich fühle ihn. Auf eine Art. Ich fühle, was er fühlt. Auf eine Art. Weil, es geht euch bestimmt allen so. Man kommt in Tarkov rein und es ist ein sehr emotionales Game. Weil es ist sehr besonders. Und man investiert viel Zeit da drin, auch gehört werden zu wollen. Weißt du? Ich habe auch. Ich habe jedes Jahr meine Videos gemacht mit Feedback für Nikita. Ich habe Ideen umgesetzt. Konzepte. Diese Videos mit. Wie man das hart verbessern könnte. Das Highlight. Witzigerweise einige Vorschläge sind auch im Game jetzt. Mittlerweile. Ich weiß nicht, ob Nikita die Videos gesehen hat. Oder wie auch immer. Das wäre natürlich richtig geil. Aber keine Ahnung. Aber man investiert sehr viel Zeit ins Game. Aber irgendwann kommst du zu einem Punkt, wo du sagst. Es scheint, dass BSG nicht so viel hört, wie man gerne hätte. Weil es da nicht so viel zuhört. Müssen sie natürlich nicht. Es ist ihr gutes Recht. Aber dann wirst du irgendwann ein bisschen müde. Für halt immer die gleichen Vorschläge oder Fehler. Oder Vorschläge zu bringen. Oder Fehler zu posten. Und so weiter. Du wirst immer ein bisschen müde. Was das angeht. Und dann ist es aber so. Ja. Das Game ist, wie es ist. Und wir genießen es, solange wir es genießen können. Weißt du, was ich meine? Und das fühle ich. Ich glaube, es geht ihm halt auch so. Er hat ein Video gemacht. Übelst Hype gekriegt. Aber auch viel Hate. Und jetzt immer wieder das gleiche zu sagen. Ja für ja. Ich weiß. Ich weiß. Ich wünsche dir Good Night. Was sagen in den Kommentaren so? Ey, ich denke, bei ihm sind da viele Hate-Kommentare. Ich meine, wir sehen es ja bei uns. Man kann das TSGO und Anichito go in the same sentence. Ja. Ich denke, in seiner Kommentarsektion sind da viele Leute, die das Game haten. Aber ich finde, man kann immer noch gut zocken im Tag. Markov ist nicht irgendwie komplett am Arsch, das Spiel. Weißt du, dass es nicht mehr spielbar ist. Wegen Cheatern. Aber man merkt manchmal schon, wenn sie so Phasen hat. Ähm. Wo wieder viele unterwegs sind. Das fühlt man teilweise schon im Game. Aber keine Ahnung. Es ist nicht am Punkt, wo ich sagen würde, ich müsste jetzt das Game quitten. So schlimm finde ich es auch nicht. Es ist irgendwo dazwischen. Irgendwo dazwischen. Aber ich hoffe aber, dass BSG mit den Microtransactions was Sinnvolles macht. Und es nicht in Arena verpulvert. Weil so sehr wir BSG mögen, Arena war ein Flop. Und das müssen sie abschreiben. Fertig. Wenn sie jetzt da das ganze Geld von den Microtransactions und so in Arena fließen lassen. Und das verpulvern. Und im Sommer kommt dann nichts im Base Game. Und das Anicid bleibt weiter beschissen. Ich glaube, dann sind sie dann langsam in der Scheiße. Deswegen lass hoffen, dass sie was Gutes draus machen. Aber ja. Gut, das sollte ich noch anschauen. I don't know. Das war so, ich glaube, eines der größten Videos, die in Tacos herumgingen. Warum bist du vorhin gestorben? Und Skaff ins Gesicht geschossen. Aber so hat mir Skaff ins Gesicht gedrückt. Aber ich weiß nicht, Leute. Ist fair? Hier ist der Drill. Und herzlich willkommen zurück zu dem letzten Matchmaking-Abenteuer. Ist fair, aber es ist... Äh, ne, nüchenacken. Keine Ahnung. Weiß ich, wo der mir hingeschossen hat. In Worten Taten folgen lassen. Ja. Ja, mal schauen, ne. Booker, ich wünsche euch. Oder dir. Good night. Ich mach jetzt auf Feierabend. Und das Game hängt schon wieder. Äh, den hast du immer, Skyred. Den hast du immer. Stash Platz ist für immer. Delta Force, der Anzeigenhauptmeister. Bam, bam, bam. Ich habe justa Halsschmerzen. Ich zimmer mir jetzt gleich was. Muss mir was gönnen. Ähm, easy. Wir raiden noch die Bambina. Letztes Mal mit Jazz gedaddelt. Und dann wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Wir hören uns morgen. Morgen spiele ich Velo mit Noah. Das wird geil mit den Boys. Und dann mal schauen. Ähm, Mud Made? Nö. Glaube nicht. Glaube nicht. Easy. Leute, schön, wart ihr da. Danke für den Support. Ich hoffe, ihr Spaß heute. Auch wenn die Raids irgendwie ein bisschen leer waren. I don't know, was da los war. Aber wir hören uns morgen. Macht's gut. Bye-bye. Wo ist meine Raid? Da war der Raid gar nicht ready. Ups. Kleines Ups hier meinerseits. Oho. Muss weit noch 10 Sekunden warten. Bose Ghost, erzähl einen Witz. Erzähl einen Brüller. Du hast 10 Sekunden. Performance Angst. See you later. Bye-bye.